Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich sollte sie zu den Fireflies bringen und dann gehen. Wir haben zusammen das halbe Land durchquert. Sie suchte nach einer Bedeutung für ihre Immunität. Irgendwann habe ich selbst an diese Heilung geglaubt. Vielleicht wollte ich sie nicht hängen lassen. Dann kamen wir an. Bei den Fireflies. Durch sie hätten sie tatsächlich ein Heilmittel entwickelt. Aber dabei wäre sie gestorben. Königer Gott. Dr. Was machst du hier drin? Du kannst sie nicht mitnehmen. Es geht um die Zukunft. Denk an die Leben, die wir retten. Scheiße, Mann, Joel. Was hast du gemacht? Sie gerettet. Ich bring dich raus, Kleine. Ich hab dich. Ich hab dich. Ich hab dich ausgemacht. Lass dich nicht umgekommen. Scheiße. Verdammt. Das ist wirklich krass. Wie viel weiß, Ali? Sie glaubt, es waren nur Tests und ihre... Immunität... ...bedeutet nichts. Das hat sie geglaubt? Sie hat's so hingenommen. Wir sollten zurück. Das ist wirklich krass. Okay. Musik 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 Okay, now also. Okay, now. Ja. Das war's für heute. Los. Schon okay, ich mach das. Geh schon. Sicher? Ja. Okay. Was wir vorhin besprochen haben. Ich hätt's wohl genauso gemacht. Ich nehm's mit ins Grab, wenn's sein muss. Bis später, Tommy. Bis später. Bis später. Hallo? Ali? Scheiße, Mann, hast du mich gerade erschreckt. Ich hab geklopft, aber... Hey. Hey. Was ist denn, Joel? Ich schau noch mal rein. Die Leute... Sie reden davon, wie beeindruckt sie sind von dir und... und wie gut du hier hilfst. Ist doch schön. Ja. Tommy und ich sind neulich ausgeritten. Und er... Erzählte einen Witz und ich dachte an dich. Oh Mist, ich hab's vergessen. Irgendwas mit einer Uhr. Was ist der... Joel, es ist ziemlich spät. Und ich muss in ein paar Stunden aufstehen. Ja, 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 ich weiß, ich weiß. Ich lass dich gleich in Ruhe. Ich wollt nur... Ich will dir etwas zeigen. Gib mir nur eine Sekunde. Was ist das? Ähm... Manche nennen das hier Gitarre. Lustig. Ich... Soll ich was spielen? Okay. Okay. Versprich mir, dass du nicht lachst. Werde ich nicht. Ehrlich. Ich verlass mich drauf. ... Musik ... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, das war's. Na ja, gar nicht mal so übel. Na, das ist doch schon was. Sie gehört dir. Nein, 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 ich hab doch keine Ahnung. Ich hab versprochen, es dir beizubringen. Hast du. Na, was sagst du? Morgenabend, erste Stunde? Okay. 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 Weißt... Weißt du den Witz wieder? Warum sollte man keine Uhr essen? Es verschlingt Zeit. Das ist dämlich. Ja. Träumschön. Okay. Okay. Yes. Amen. Oh, Scheiße. Verdammt. Hey. Morgen. Sorry, ich hab total verschlafen. Gib mir eine Minute, ich zieh mich schnell an. War wohl noch ganz schön was los, als ich weg war. Ich. Sie hat mich geküsst. Das war einfach nur typisch, Dina. Das hatte nichts zu bedeuten. Ich meinte eigentlich deinen Streit mit Seth. Wart. Du und Dina? Oh. Ich dachte, dass... Wir sind eine Woche getrennt und du machst dich an sie ran? Nein. Sie wollte dich bestimmt nur eifersüchtig machen. Ich hab nicht. Ich würde echt nie... Oh, fuck, ist das peinlich. Ich zieh dich nur auf, Mann. Es ist mir egal. Zieh dich an. Ach, du bist so ein Idiot. Schon ne schräge Nummer von dir. Pack dein Zeug zusammen, wir sind schon spät dran. Riecht okay. 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 Ah, ja. Hey, ist Joel wach? Scheiße. Klappe. Wollte gerade aufstehen. Wirklich. Ja. Pass auf, du bist heute Morgen das Stadtgespräch. Ah, was? Hab ich das richtig verstanden? Du hast Dina geküsst. Sie hat mich geküsst. Und deshalb nannte Seth dich, was nicht so nett ist. Yep. Hat Joel ihn geschlagen? Eher geschubst. Und dann warst du sauer auf Joel. Den Teil raff ich nicht. War ne schräge Nacht, Mann. Klingt aufregend. Maria möchte mit dir reden. Wo ist sie? Im Dina. Geht's um Seth? Keine Ahnung. Sag ihr, du hast mich nicht gesehen. Nee. Zu wem hältst du eigentlich? Entschuldigung. Du? Hey, also... Alles okay bei uns? Bei dir und mir? Ja, natürlich. Das mit Dina ist vorbei. Ich weiß. Ich will nur nicht, dass du denkst... Ali. Alles cool. Versprochen. Danke. Ja. Hey, mein Alter. Ja, lass dich kraulen. Hey, Jesse. Oh, hi. Ja. Willst du was frühstücken? Nein. Wo ist Maria? Hinten. Entschuldigung. Ali. Komm bitte mal her. Seth möchte dir etwas sagen. Ich will nicht hören, was dieser Heuchler zu sagen hat. Tu es für mich. Bitte. Na schön. Seth. Seth, komm her. Scheiße. Hey. Okay. Letzte Nacht hab ich... Ich hab zu viel getrunken. Klar. Ich versuch mich zu entschuldigen. Maria hat gesagt, dass du mit Dina losziehst. Ich hab hier ein paar Sandwiches. Okay. Mit Steak. Danke, Seth. Ja, also... Pass auf euch auf. Jep. Ich weiß das zu schätzen. Was hast du da? Heuchler Sandwiches. Hm. Riecht gut? Gern dir. Sicher? Sicher. Ich bring euch raus. Okay. Wenn du rausgehst, möchte ich, dass du Tommy und Joel ablöst. Die Jungs sind schon viel zu lange da oben. Wo treff ich sie? Geh zum Posten im Nordwesten. Da sollten sie heute noch hinkommen. Sei vorsichtig. In letzter Zeit wurden sehr viele Infizierte gesichtet. Na klar. Ich wollte mir die Bachpfade vornehmen. Das müsste dann jemand anders übernehmen. Ali, kennst du die Bachpfade? Nicht gut. Dina war schon oft dort. Dann übernehmt ihr beide das. Das wär geklärt. Ali, hast du kurz Zeit für mich? Was ist? Ich weiß nicht, was mit dir und Joel los ist. Maria. Du bist ihm sehr wichtig. Und er wollte bestimmt nicht das. Alles okay. Ja? Ja. Okay. Okay. Dann entschuldige. Pass auf. Mach ich. Hey Dina. Es gibt Arbeit. Gib mir ne Minute. Bringst du deine Freundin bitte zu den Stellen? Oh mein Gott. Hey Dina. Können wir reden? Hey Leute. Ich bin raus. Ach man. Wie lange. Ah. Puh. Hey. Hey. Ähm. Tut mir leid, dass ich gestern einfach abgehauen bin. Oh, kein Problem. Ich versteh das. Ich... Ich fühl mich nur mies. Warum? Weil ich... Schuld an dem Ganzen war und... Ich... Ich hätte dich nicht einfach vor allen Leuten küssen sollen. Und du warst betrunken. Schon okay? Trotzdem, ich will nicht, dass du denkst. Nein, ich interpretiere da nichts rein, also... Weißt du, was ich an dir liebe? Dass du mich immer ausreden lässt. Okay. Wir sollten wohl langsam los. Au! Was soll das? Ich spiel doch nicht mal mit. Weil du feige bist? Weigling! Ich hasse ihn so sehr. Machen wir sie fertig? Ja, gerne. Ihr wolltet es so? Lauft lieber, ihr kleinen Scheißer! Oh, Scheiße! In Deckung! Los, los! Au! Schön hart! Nimm das! Na warte, dich krieg ich, du Zwerg! Ich komm gleich rüber und zeig's dir, aber echt! Aua! Ich weiß, wo du rumst, Alex! Ich meine... Gut. Ah! Da hast du! Ah! 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 Frisch! Schnee! Ah! 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 Was für ein Wurf! Na los! Okay! Okay! Ja, lauf lieber! Lauf lieber! Ah! Und fair! Na, wie war das? Hey! Hey! Wollt ihr noch mehr? Oh! Auf sie! Damit kommt ihr nicht davon! Oh! Oh! Und dann kommt ihr nachher! Hey! Hey! Oh! Oh! Oh, Mann! Oh! 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 wir. Also, Jesse will, dass wir die Bachpfade nehmen. Er löst Joel und Tommy ab. Oh, schön, dass er uns losgeschickt hat. Hier wird die Strecke gefallen. Guten Morgen. Guten Morgen. Hey, Ladies. Ich bringe Sie rein. Danke. Ah, das Mädchen. Schau, wer da kommt. Danke. Na los. Okay. Hey, Shema. Ah, sieh an, wen haben wir denn da? Ja, ja, ja. Einmal für dich. Und einmal für dich. Öffnet das Tor. Ganz ruhig, Kinder. Okay. Ihr wisst, wie's läuft. Den Routen folgen, Lockbuch führen, alle Infizierten töten. Wenn ihr irgendwas nicht alleine schafft, kommt zurück. Spielt nicht den Helden. Okay. Dann mal los. Hier. Hier. Musik 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 Hey Hey Was hast du geträumt? Hab ich geredet? Du hast wieder mit den Zähnen geknirscht Wo warst du? Hol dein Zeug, ich will dir was zeigen Was? Vertrau mir Mal los Warten bis die Sonne rauskommt? Und es wärmer ist? Nein Kannst kaum erwarten Kannst du's mir nicht einfach sagen? Du musst es sehen Warum wanderst du ganz alleine hier draußen herum? Ich war unruhig Du auch? Kommt mir vor Kommt mir vor Als wird's weiter nach Süden immer schöner Willst du weiterfahren? Den ganzen Weg bis nach Mexiko? Ich hab drüber nachgedacht Wir könnten Mannys Heimat sehen Ja Ich glaube nicht, dass sie seinen Geschichten gerecht wird Ja gut, vermutlich nicht Das hast du alles im Dunkeln gemacht? Ja Na komm schon Wenn wir so weitermachen, sind wir für den Trip nachher zu müde So weit ist es nicht Hey, ist Mal okay? Wie ist in letzter Zeit so durch den Wind? Sie kommt schon klar Sei nicht so komisch, du machst mir Angst Ich bin ganz normal Vorsicht beim Springen Willst du dich von Mell trennen? Was? Nein Hättest du wohl gern? Äh, ich hatte genug Danke Autsch Nicht jeder ist so anmutig wie du Ist doch klar Was ist das? Du kriegst das hin Das ist zu hoch Na los Shit Hey Sieh mich an Abby Nicht runtersehen Owen Müssen wir hier lang zurück? Nimm es als Gelegenheit, dich deinen Ängsten zu stellen Wie wär's, wenn ich dir in den Arsch trete? Abby Abby Hör auf zu flirten Abby Hör auf zu flirten Wir sind da Oh Gott Eine verdammte Stadt Ja Hast du schon jemandem erzählt? Du solltest es zuerst sehen Sie patrouillieren von der Stadt zum Außenposten Da drüben Dazwischen gibt's noch mehr Posten Sie haben Strom Waffen Es sind viele Leute Wir kriegen das schon hin Okay Und wenn er da drin ist Wie kommen wir zu ihm? Wir fangen eine Patrouille ab Fragen nach ihm Und dann Ich weiß nicht Können wir ihn vielleicht irgendwie rauslocken Ja Okay Wir geben uns bestimmt gern alle Informationen Dann zwingen wir sie eben Hast du dir eigentlich zu? Hast du ne bessere Idee? Was ist denn los mit dir? Er ist schwanger Oh Okay Aber es ist nicht nur das Sollte ich gratulieren? Wenn die anderen das sehen, werden sie umkehren wollen Wir überzeugen sie Stimmt's? War klar, dass ich nicht auf dich zählen kann Abby Ich will was du willst Aber nicht um jeden Preis Hey Hör auf! Wir sehen uns in der Lodge Hör auf! Leck mich! Ist mir scheißegal Mach ich sie immer alleine 好 Auch Auf ist das Wenn das dann Ich werde dich Es ist Wohl zu Ich werde mich über entfernen Schmerz Ich werde es Der Posten, das ist nicht weit. Er hat mehr geschminkt. Shit. Oh, shit. Los. Oh, shit. 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 Es kann nicht mehr weit sein. Was ist das? Oh! Oh! Sound like man, as it. Fuck! Fuck! Lauf! Fuck! 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 Shit. Come on. Come on. Come on. Let's go. Come on. Hoffentlich war's das. Das Wetter wird schlechter. Wo ist die Straße? Wo ist die Patrouille? Ja. Na los. Hier lang. Wenn hinter dir. Vermisst du ihn eigentlich? Wie, Jessie? Nein. Ihr wart doch so lange zusammen. Hey, Jessie ist toll. Ich mag seine Eltern. Sie sind meine Familie. Aber es war nur noch Gewohnheit. Hey, warum reden wir eigentlich nie über sowas? Ich weiß nicht. Es ist irgendwie... Du hast mit mir auch nie über Cat geredet. Ja, aber... Da gibt's nicht viel zu erzählen. Ich dachte halt immer, dass du sie nicht leiden kannst. Ich glaube nicht, dass man das so sagen kann. Okay. Ich finde, sie hat wirklich Talent. Allmählich gefällt mir sogar dein Tattoo. Boah, das ist so nett von dir. Und sie war nicht die Richtige für dich. Interessant. Klappe. Okay. Hey. Du kannst dich schon mal da anwenden. Hey. Willst du was spektakulärer sehen? Du willst doch dein Gesicht zeigen, oder? So spektakulär nun auch wieder nicht. Oh Mann, ey. Komm schon, Dummkopf. Na, wie findest du die Aussicht? Ist ziemlich schön. Ja, diese Route hat auch Vorteile. Wo tragen wir uns ein? Na komm. Fuck. Für wen warst du auf dieser Route? Jesse? Eugene. Klar. Eugene. Mann, der war lustig. Oh ja. Hä? Hä? Und? Er hat mir viel über Elektronik und so beigebracht. Hoff, dass wir mit 73 auch so finden. Hoff, dass wir auch 73 werden. Hauptphasen. Sein mal ist, Humm! Oh, ich weiß nicht. Wir haben das mal hier. Es ist noch falsch. Oh, das ist noch falsch. Aber ein paar Leute immer noch nicht. Wir haben keine Ahnung. Aber jetzt sind die Wahreonedau. Was war das hier? Das war früher ein Funkturm. Hey, ich wette, die Bon gehörte Eugene. Das ist meine. Er hat sie mir geschenkt. Hey, du hast nicht zufällig Gras dabei? Ach, schön, Bär. Eugene hatte immer was dabei. Danke. Vielen Dank. Und fertig. Komm. Die Stadt ist unser letzter Halt. Schau mal. Da ist die Stadt. Mit dem großen Turm? Yep, da ist der nächste Posten. Ein Supermarkt? Yep, da kommen wir unterwegs dran vorbei. Ah, da ist die Skihütte. Das ist die auf Tommys und Joels Route. Yep, das ist sie. Gehen wir zurück zu den Pferden. Frage, hattest du die Klarotten gestern schon an? Ach, die sind sauber. Ich sag ja nichts. Wir sind auf Patrouille. Es geht um Infizierte, nicht ums Aussehen. Siehst trotzdem gut aus. Danke. Hey, abhall. Man sollte so sterben wie Yuji. An einem Infarkt? Nein. Ähm, Alter. Nach einem langen Leben. Du? Niemals. Echt nicht. Du bist zu leichtsinnig. Musst du grad sagen. Du wirst wahrscheinlich an Unterkündung sterben, weil du im Schnee Stopp-Schuhe trinkst. Ich hab heute Stiefel an. Weißt du, wie du sterben wirst? Lass mich raten. Du bringst mich um. Hab ich dir den Witz versaut? Nein. Vielleicht. Leck mich. Sorry. Hey. Hey, sehen wir uns die Häuser an? Wir verlassen, aber wenn nicht. Da sind bestimmt noch Vorräte. Was weißt du über diesen Ort? Deine normale evakuierte Siedlung. Infizierte kommen fast nie so weit herauf. Wir fangen sie meist an der äußeren Grenze ab. Die Wohnwagen sind süß. Wie kleine, fahrende Häuser. Meinst du, die Leute sind viel mit sowas verreist? Hm. Würdest du nicht? Ich meine, hätte ich vor dem Ausbruch gelebt, klar. Ich würde das ganze Land bereisen. Oder auch in ein anderes Land. Vielleicht eines Tages. Ach, träum weiter. Jesse hat viel über Kanada geredet. Er sagt, da gibt es diese riesigen Wasserfälle, die er unbedingt sehen will. Wirklich? Er ist doch total der Jackson-Typ. Was machst du heute Abend? Äh. Ich dachte, ich seh mir mit Joe einen Film an. Oh. Ist alles klar? Ja. Guck mal, was ich gefunden hab. Eine dieser Superheldenkarten, auf die du so stehst, oder? Oh, die hab ich noch nicht. Danke, Dina. Was für ein Film wollt ihr gucken? Worauf steht Joel? Äh. Curtis und Viper 2. Den hab ich schon länger auf meiner Liste. Oh, wow. Er mag diese schlechten 80er-Action-Filme. Da fährt er voll drauf ab. Oh, nein. Mir gefallen sie tatsächlich auch. Was ist mit dir? Äh. Was machst du nachher noch? Ein paar Leute wollen sich wohl rausschleichen. Zum Schlittenfahren. Das klingt gut. Ja. Wollen wir uns danach treffen? Äh. Okay. Vielleicht spiel ich Gitarre für dich. Okay. Ich glaub, es wird kälter. Ich glaub, es wird kälter. Oh, ruhig, Mädchen. Ach, du Scheiße. Was zur Hölle? Oh, stinkt. Das waren bestimmt Infizierte. Aber wie viele, wenn sie einen echt klein kriegen? Mehr als eine. Oh, das ist eine. Oh, zum Teufel stecken. Los, wir suchen sie. Shit. Da sind welche drin. Wie sind die da bloß reingekommen? Viel wichtiger. Wie kommen wir da rein? Lena, hier lang. Da. Ich bin hier. Ich bin hier. Mal sehen, ob wir zur Rückseite des Supermarkts kommen. Gute Idee. Alles klar? Ja. Guter Wurf übrigens. Danke. Der Weg hier rein war verbarrikadiert. Wie ist der Runner reingekommen? Ja, gute Frage. Was war dein Rekord an Infizierten, die du erledigt hast? Das war auf Patrouille mit Joe vor einem Jahr oder so. Das waren, keine Ahnung, ein Dutzend? Du? Ich hatte mal 20. War eine streunende Gruppe. Scheiße. Vielleicht kannst du heute einen neuen Rekord aufstellen. Mal sehen, wie es läuft. Mal sehen, wie es läuft. Verkommung. Du bist aufhörter. Verkommung. uin. ôi. Oh, 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 oh. Das ist nicht so. Ja! 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 Komme! Gut, hoch mit dir. Ähm, in dem Dach da drüben ist dein Loch? Hier. Danke. Da. – Siehst du? – Okay. Mal sehen, wie wir da reinkommen. Drunter! Ellie? Alles gut? Ja. Nichts passiert. Bitte stirb am Alter und nicht, weil du infiziert bist. Ich will die wirklich nicht ins Gesicht schießen müssen. Okay. Cool. Ja. Siehst du einen Weg aufs Dach? Äh, weiß nicht. Wie geht's denn? Warte! 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 Huh? Huh? Geh entlang. Bin drin. Ich auch. Wollen wir Vorwärter suchen? Hey, ich hab Alkohol. Ein paar Lumpen. Hier, versorg dich. Da drin sind Sporen. Masken auf. Alles klar. Denk dran. Ich will dir nicht ins Gesicht schießen müssen. Ah, ganz reizend. Bei den ganzen Sporen sind die schon länger hier. Halt nach älteren Infizierten Ausschau. Ja. Keine Ahnung. Ich glaub, wir sind da rüber. Wir sollten ins Erdgeschoss. Ich glaube, wir sind da rüber. Ich glaube, glaub ich. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, mein Scheiß. 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 Nein! Oh, mein Gott. Oh, 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 oh. Ah! Fuck! 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 Bewegt sich noch was? Äh... Nein! Weißt du was? Ich bin beeindruckt. Von uns. Ja. Mann, die anderen werden uns das gar nicht glauben. Okay. Auf zum nächsten Posten. Und da machen wir dann Pause. Wir haben's verdient. Okay. 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 Wir machen es so. Du wirfst mich einfach nach oben durch dieses Loch. Oh, klar. Kabel! Na also. Yep. Das sollte gehen. Los runter. Scheiße. Ja. Okay. Das ist gut. Dann mal los. Okay. Daskien wir gonna- Okay. Die sind so okay. Und da sind nur die meine Häuser drin. Halt dir zu eins. Hier drüben! Der Sturm hat echt zugelegt. Wie weit ist es noch zum Posten? Er kommt gleich nach der nächsten Stadt. Ich komm dir nach. Hey, wie weit ist es noch? Noch ein paar Minuten. Okay. Es wird immer schlimmer. Wollen wir umkehren? Das schaffen wir nicht. Wir haben es fast geschafft. Entschuldigung. Entschuldigung. Geh weiter. Dina, wie weit noch? Dina? Dina! Aquí su kickingad Polish channel. czeiße! Jenna, wo bist du? Ali! Oh, Gott sei Dank! Komm schon! Hier lang! Wohin gehen wir? Vertrau mir! Geh rein! Ich mach die Tür zu. Du warst schon mal hier? Vorbeigeritten. Ich war nie hier drin. Okay. Sehen wir uns mal um. Ich bin hier drin. Ich bin hier drin. Hier scheint schon lange keiner mehr gewesen zu sein. Jemand hat hier dicht gemacht. Da hinten ist was. Ich glaub, ich seh ein Bett. Ob da jemand wohnt? Kommt man woanders rein? Scheiße. Ich seh nach, was da hinten ist. Oh, bist du sicher? Ja, wer sonst würde an sowas herumbasteln? Aber warum hat das mir verheiblicht? Definitiv Eugenes Hütter. Er war ein Firefly? Er diente mit Tommy. Ich hatte keine Ahnung. Ja, das war eine ganz üble Geschichte. Und zwar? Dass er mal einen Kontrollpunkt in Denver gesprengt hat. Tötete drei Soldaten. Und zwei Zivilisten. Scheiße. Und dass er und Tommy einen Fajr-General zu Tode gefoltert haben? Ich weiß nicht. Tommy würde sowas doch nicht tun. Er war dazu fähig. Was meinst du? Er und Joel haben einiges getan, um zu überleben. Oh mein Gott. Das sind Tommy und Eugene. Noch die reinsten Babys. Licht. Heizung. Er ließ seine Familie zurück und ging zu den Fireflies. Krass. Krass. Hey, da ist der Generator. Schon besser. Oh, wow. Eindrucksvolle Werkbank, Eugene. Ich wette, damit kannst du deine Waffe aufmotzen. Ich wette, damit kannst du deine Waffe aufmotzen. Ja, das wird gehen. Gute Arbeit. Oh, hallo. Ellie, sieh auf den Boden. Da unten ist noch was. Geht's irgendwo runter? Hm, hier nicht. Okay. 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 Nein, los. Was hat er hier unten? Offensichtlich ein Liebesnest. Deshalb hat er dir nichts davon erzählt. Ich hoffe ja für ihn, dass es das ist. Er war so einsam, Mann. Oh mein Gott. Das ist Gras. Ja, furzt trockenes Gras. Maria würde durchdrehen, wenn sie das sehen würde. Wo hat er das alles her? Muss ewig gedauert haben. Ich wünschte, er hätte mir davon erzählt. Ich hätte ihm helfen können. Dina! Eine Gasmaskenbong. Gott, er war so schlau. Oh, jetzt aber. Ob das noch gut ist? Kann Gras schlecht werden? Hm, finden wir's raus. Kriegst du's nicht auf? Nein, geht schon. Fuck. Gib mal her. Ja, genau. Als ob du es schaffst. Okay. Es, äh... Ja. Scheiß drauf. Was, bitte, stimmt nicht mit dir? Ist doch offen, oder nicht? Ach. Riecht gut. Ich meine... Wir sitzen hier eine Weile fest, oder? Sieht so aus. Kann ich dich was fragen? Weiß nicht. Kannst du? Von eins bis zehn. Wenn eins richtig unterirdisch ist? Und zehn... ...überwältigend? Wie würdest du... ...unseren Kuss von gestern bewerten? Warum reden wir immer noch darüber? Du hast gesagt, das war ein Fehler. Hab ich das gesagt? Was machst du hier? Dich fragen, wie unser Kuss war. Ich weiß nicht. Für mich war's eine Sechs. Eine Sechs? Wow. Eine solide Sechs. Okay. Es waren viele Leute in der Nähe. Ja, aber sechs. Oh. Was? Also jetzt will ich wirklich deine Bewertung hören. Das glaub ich nicht. Du machst mich wahnsinnig. Guck dich mal an. Wenn du so weitermachst, geh ich zurück in den Schneesturm. Das hört dich niemand auf. Das wird hoffentlich besser als eine Sechs. Schlüssel. Das ist ein Tug. Und das ist scherz. Das war scherz. Das war scherz. Und das war scherz. Das war's. Ja. Ich weiß nicht. Das ist gut. Wo sind sie? Super, Infizierte. Oh mein Gott. Oh shit! Shit! Oh shit! Oh shit! Okay. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Ja, 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 ja! Wir sind zufrieden! Wir sind zufrieden! Geht los, Hiela! Oh, shit! Hiela, komm! Alles okay? Ja. Wo zur Hölle krabben die alle her? Ist doch egal. Sag mir immer, wo wir hin sollen. Ich schätze, wenn wir hinten rausgehen, schaffen wir es vielleicht zur Hütte. Hey, hast du eine Knarre? Ja. Ich hoffe, du schießt gut. Bleib bei. Wir müssen alle warnen. Ein Aufräumkommando holen. Zuerst müssen wir das hier überstehen. Auf die Fenster achten. Ja! Ja! Los! Die Tür! Los! Los! Wo ist die Tür hier? Na los! 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 Leute, die Tür wird nichts lange standhalten! Los! Los! Da unten, das Fenster! Das ist unser Ausweg! Wie kommen wir da hoch? Hier, Damen! Hey, Mädchen! Auf den Karren schieben! Kommt rein! Ich schaffe die Kalle ans Fenster! Haltet mir die Sehnen! Okay! Verdammt, das Ding stimmt! Oh! 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 Ah! Ah! Dann Knack nochmal! Oh! Soll ich übernehmen! Ich schaff' das! Halte die Infizierung vom Hals! Läuft's, Tommy! Läuft's, Tommy! Läuft's, Tommy! Läuft's, Tommy! Läuft's, Tommy! Läuft's, Tommy! Läuft's! Ich hab dich. Geh näher, bleib! Wohin gehen wir? Hier, Leute! Los! Wir sind gefahren! Lang da mal, Abby! In die Türe! Abby! Geh durch! Auf geht's! Hey, ich bin Tommy. Das ist Joel. Wie heißt du? Abby. Abby. Alles okay? Ja. Es wird nicht halten! Wir müssen zurück! Wir kommen niemals bis nach Jackson! Verbarrikanieren wir die Tür! Tommy, wir bleiben nicht hier! Die Pferde schaffen es nicht mehr so weit! Ja, aber meine Freunde... Meine Freunde sind in einem Haus nördlich von hier. Es ist eingezäunt. Die Umgebung ist gesichert. Das Baldwin-Haus. Könnte klappen. Okay. Ich mach die Tür auf! Okay. Du rettest mit mir. Komm! Komm! Halt dich fest! Ja! Was ist damit? Als ich zwölf war, habe ich ein Skateboard gefunden. Oh-oh. Und als ich aufsteigen wollte, ist es mir unter den Füßen weggeflutscht. Warte, wo kommt die Narbe her? Ich fiel auf mein Messer. Okay. Die Verletzung. Das war ich selbst. Wieso? Äh... Um einen Biss zu verdecken. Genau hier. Ein Infizierter fiel mich an, als ich 14 war. Und... Es kam raus, dass ich... Immun bin. Die Wunde heilte. Aber mit... Zahnabdrücken und Blasen und... Au! Hörte Kuh! Hey! Ich hab dir ne wahre Geschichte erzählt. Es war eine wahre Geschichte! Oh, soll ich dich mal beißen? Oh! Hast du das gehört? Jesse? Bleib einfach da, okay? Alles okay? Kannst du... Bitte warten! Was ist los? Was? Jetzt dreh dich um! Was soll der Scheiß? Wollt ihr mich verarschen? Ihr solltet auf Patrouille sein. Draußen tobt ein Schneesturm. Ist das Gras? Warum bist du hier? Die Leute zählen auf euch. Kapiert ihr das? Ihr habt ne Aufgabe! Und warum bist du nicht beim verdammten Posten? Weil Tommy und Joel nicht aufgetaucht sind. Was meinst du? Wir haben ne ganze Stunde gewartet. Ich hab sie gesucht und dann das Licht gesehen. Vielleicht sind sie in die Stadt zurück. Ohne für Ersatz zu sorgen. Niemals. Wie viel von ihrem Gebiet hast du abgesucht? Nicht viel. Wir teilen uns auf. Übernehmen verschiedene Seiten. Wir können in ein paar Stunden alles sichern. Alleine? Nein, wir wissen nicht, was da draußen ist. Eben. Was, wenn sie Hilfe brauchen? Okay. Ich geh nach Westen, Dina nach Süden und du kommst von Osten. Aber seid vorsichtig, ja? Ja. Schiebe! 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 Munition! Ja! Okay, gehen wir rein! Du hast uns Angst gemacht. Wie geht's euch so? Ganz gut! Danke! Ja. Hast du kurz Zeit für mich? Sollen wir die Sattel ablegen? Nein, nein, nicht nötig. Wir wollen hier nur den Sturm aus. Habt ihr Bürsten und Handtuch oder sowas? Du hattest ein Riesenglück. Wenn du wüsstest. Hab gehört, ihr habt Strom hier. Wo zur Hölle warst du auf dem Dach sein Solarkollektor? Und wer sind diese Leute? Wie lang seid ihr schon hier? Seit gestern. Gestern. Ja. Was macht ihr hier draußen? Wir sind auf der Durchreise. Wohnt ihr zwei hier in der Nähe? Oh ja. Ein paar Häuser weiter unten. Ihr solltet mit uns kommen, eure Vorräte auffüllen. Das ist nett. Übrigens, ich bin Mel. Tommy. Das ist mein Bruder. Joe. Scheint ihr hättet schon von uns gehört? Das haben sie auch. Nein! Alles klar? Er ist K.O. Drückt ihn an die Wand. Tommy! Lass mich! Lass mich! Puta madre! Joel. Miller. Wer bist du? Rate mal. Nun sag schon deine einstudierte Rede auf. Bringen wir es hinter uns. Du bändest sein Wein ab. Na los! Ja, keine Bewegung. Verdammt! Weg da! Du dummer. Alter Mann. Ich lasse mich nicht hetzen. Du dummer. Alter Mann. Wie kam ich da runter? Ach, shit... Wie kam ich da runter? Okay, schon mal. Komm schon. Oh, no. Das ist okay. Joel? Tommy? Tommy? Alles okay. Alles okay. Oh, da ist das. Joel? Tommy? Oh, come to see. Joel? Oh, shit. Fuck. Oh! Oh! Nagelt sie fest! Finger weg! Fesselt sie! Lasst mich los, verdammt! Mist, Jack! Ihr habt sie! Ihr habt sie doch! Okay? Lasst los! Ich mach euch alle kalt! Was ist los? Lasst ihn freu! Wer ist das? Lasst ihn freu! Warum schiebt niemand draußen Wache? Ihr dacht nicht, dass hier jemand aufkommt! Was habt ihr bitte erwartet? Wir müssen hier raus, bevor noch die ganze Stadt antanzt! Das war's mit dir. Wir wollen dasselbe, stimmt's? Töte ihn. Jetzt! Joel? Jo! Jo! Steh auf! Steh verdammt nochmal auf! Hört bitte auf! Bitte tu das nicht! Jo! Bitte steh auf! Nein! Nein! Ich bring euch um! Nein! 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 Ich bring euch um! Nein! 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 Oh, oh mein Gott, Ellie, Ellie, tut mir leid. Jessie, sie sind hier unten. Nein, nein. Sie sind hier unten. Es geht so, wie ich hier zusammenklaue. Hi. Hi. Kann ich mich setzen? Ja. Marie will sicherstellen, dass du isst. Sie kann uns nicht aufhalten. Bei den Leuten, die wir bräuchten, um das durchzuziehen, wäre Jackson lange wehrlos. Sie sollen also damit davon kommen? Das will niemand. Ja, aber genau das wird passieren. Und wenn wir wieder auf Jäger treffen? Ist das deine Sorge oder ihre? Die Sorge ist berechtigt. Wenn es um uns ginge, wäre Joel schon längst auf dem Weg nach Seattle. Wäre er nicht. Verdammt, auf jeden Fall wäre das. Wir wissen doch noch nicht mal, ob sie aus Seattle sind. Washington Liberation Front. Genau das stand doch auf ihren Aufnähern. Und wenn die Jacke gestohlen waren? Das ist… Was, wenn sie längst nicht mehr dort sind? Was soll der Scheiß? Weißt du was? Ich geh morgen los. Und wenn du mitkommen willst, gut. Du hast keine Ahnung, was dich dort erwartet. Du weißt nicht, wie groß die Gruppe ist, wie stark… Ist mir egal. Du kannst mich nicht umstimmen. Gib mir einen Tag. Ich rede mit Maria. Okay? Sie muss einfach ein paar Leute abstellen. Und wenn das nicht klappt? Tja. Dann werde ich mir was überlegen. Ein Tag. Bitte. Gut. Okay. 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 Yeah. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Alles okay? 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 Awesome. Alli, Autos. Ja, wir kommen näher. Wir sollten gut aufpassen. Alles klar. Da sind wir. Ich lag wohl falsch. Du weißt also doch, wo du hinreitest. Das war's. Ja. Hm. War was Gutes da drin? Hier ist ne alte Touristenkarte. Tja, das ist doch was. Das sieht verlassend aus. Unsere Poffen sind auch nie zu sehen. Ich weiß. Und das macht mir Angst. Oh. Ist das die Quarantänezone? Ja. Schau mal nach oben. Schau mal nach oben. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Tschau mal nach oben. Ich weiß nicht. Ja. Das ist doch... Keine Hütte zu sein, da oben in der Mauer. War was Gutes da drin? Ziemlich leergeführt. Sind das Käfige? Arrestzellen. Wie bei den Soldaten in Boston. Wie bei den Soldaten? 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 Dina, hilf mir hier hoch. Okay. Ich halte die Augen offen. Versuch, das Tor von der anderen Seite zu öffnen. Klingt gut. Klingt gut. Alles gut. War nur echt knapp. War sent is a fixer. War nur echt knapp. War klar, dass das nicht geht. Wann das wohl geschrieben wurde? Die Seravena Basis. Na sowas. Das ist mein Generator. War nur echt knapp. Das war's. 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 Oh, come on. Oh, okay. Oh, come on. 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 Also, wo sind wir? Ziemlich sicher... etwa hier. Ah, cool. Dann markier ich das mal. Was zur Hölle ist hier passiert? Ich schätze, das Militär hat hier alles weggebombt. Warum sollten Sie? Ja, manchmal hat das Militär Stadtteile zerstört in denen. Gegeninfizierte, wie gesagt. Oder Rebellen. Ist das nicht übertrieben? Naja, es hat meist funktioniert. Gegen Infizierte oder Rebellen? Beides. Scheiße. Glaub mir. Du hattest Glück, nicht in einer QZ aufzuwachsen. Das Gefühl habe ich allmählich auch. Rationsausgabezinderung. In Boston standen wir ewig an. Und es war scheiße. Ich würde irre werden. Manche wurden nass. Na los, finden wir einen Eingang. Aufmerksamkeit. Na los... ... ... Kommst du da durch? Okay, ich halte das. Shit. Jetzt hier. Pass auf. Pass auf. Oh, 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 oh. Oh, shit. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hm, also auch nichts zum Lachen? Oh, Klappe! Dieser Ort bringt viele Erinnerungen zurück. Meine Schwester hat mich oft mit in eine Synagoge geschleppt. Hätte ich nicht für religiös gehalten. Nee, aber ich mag es Teil einer Überlebensgeschichte zu sein. Du meinst nach dem Ausbruch? Das und die Inquisition und den Holocaust? Meine Familie hat immer überlebt. Gerade so. Hier ist Benzin. Ich muss nur hinkommen. Oh, Mist. Der Riegel ist auf der anderen Seite. Okay. 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 Na dann mal los. Ach, Gottverdammt. Hey, also bitte. Das ist dein Hauskopf jetzt. Er ist leer. Wie blöd. Was jetzt? Versuchen wir unser Glück im Gerichtspark aus. Verschwinden wir hier. Hey, hier durch. Bete du noch? Manchmal. Echt jetzt? Wann? Einmal, als wir Jackson verlassen haben. Dann auch bei Joles Grab. Und manchmal bete ich. Nur so für mich. Hilft das dir? Danach bin ich ruhiger. Ich sehe die Dinge aus einer anderen Perspektive. Es ist ein guter Weg, um zu trauern. Ein Weg, Respekt zu zeigen. So kenne ich das. Ich sehe dich. Okay. Dann sind wir da. Das war's. 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 Okay. Das war's. 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 Shit. Das war's. 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 Okay. Das war's. 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 Sie wurden erschossen. Erkennst du sie? Nein. Vielleicht hat die jemand anders getötet. Die Infizierten sind gerade gekommen. Hey, da ist ihr Benzin. Tja, wenn wir noch was brauchen, wissen wir, wo es ist. Tja, tja, tja. Den hier erkenn ich auch nicht. Tja, tja. Tja, tja. Scheiße. Was ist denn hier passiert? Tja, tja. 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 Tja. Den kenne ich nicht. Er hat sie gegeneinander ausgespielt. Wie? Joel hat mir davon erzählt. Du stellst dem Typen eine Frage. Aber er darf es nicht sagen. Er muss es aufschreiben. Dann fragst du den hier. Wenn die Aussagen sich decken, sagen sie die Wahrheit. Sonst wird es hässlich. Ja. Ost 1. Noch ein Torcode? Sieht so aus. Das ist ganz frisch, Al. Er kann noch nicht weit sein. Ja. Na los. Wie lang geht das raus? Vielleicht holen wir Tommy ein. Ja. Ja. Du sagst es, der Tommy hat so einiges getan. Aber... Scheiße. Ich weiß. Alles in Ordnung? Schön war's nicht. Du darfst nicht schlecht von Tommy denken. Ellie, wären die Mörder meiner Schwester vor mir an einen Stuhl gefesselt. Ich hätte Schlimmeres getan. Kapiert. Vielen Dank. Haps! Und ich... ...haff... ...auch. Ich frage jetzt nur, wofür kommt was hin? Wir sollten irgendwo ein Lager aufschlagen. Vielleicht weiter oben, dann haben wir das Gebiet im Blick. Klingt gut für mich. Okay. Suchen wir ein offenes Gebäude. Vorzugsweise ohne Infizierer. Oder BLF. Wolves. Wie auch immer. Hilfe. 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 Hätte nicht gedacht, dich noch mal zu sehen. Wie hast du uns gefunden? Hab nach nem Typen mit ner scheiß hässlichen Narbe gefragt. Sehr lustig. Wie viele sind noch hier? Nur ihr beide? Du kannst das nicht stoppen. Jordan! Du solltest nach der anderen Ausschau halten. Was ist denn hier los? Hey, der Schmuggler, den wir in Jackson gekillt haben? Ja. Dieses Mädchen war da. Was? Sie sind hinter uns her. Deshalb war nix so zugerichtet. Wir müssen sie zu Isaac bringen und ihm genau sagen, was hier los ist. Ja, tja, ich hab grad mit Isaac gesprochen. Wir haben einen neuen Auftrag. Alle einbringen, die töten. Wow, Moment, Moment. Das ist doch fälliger Schwachsinn. Das ist ein Befehl, Mann. Nein, reden wir mit ihr, um herauszufinden, was sie weiß. Scheißegal, was sie weiß. Du hast gesehen, wozu sie fähig ist. Du weißt doch gar nicht, wie viele Leute sie dabei hat. Das könnte ein Hinterhalt sein, Mike. Wir finden sie, wir töten sie. Kannst du nicht bitte einmal kurz dein Hirn einschalten und einfach... Dina! 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 Hab dich, Miserwechser. Alles gut? Geht schon. Ali. Ali. Wir sollten gehen. Bestimmt hat jemand die Schüsse gehört. Schau mal, sie gehört zu ihnen. Na los, zieh dir den später an. Kann ein TV-Sender auf der Karte? Ich hab keine Ahnung. Komm! Fuck Ali! Geh raus! Ich hab sie im Visier. Du vergisst sie. Was geht's? Wie viele hast du gesehen? Genug. Scheiße, wir müssen hier raus. Schlafe, wir müssen hier rausgehen. Sch... Steu각 die Räume. Schau ran! Hier ran! Schau rüber! Ach, den Karten zu, du vers Girls? Hey, Ellie! Links von dir! Vorwärm! Sieh nach links! Los, ihre Munition ist leer! Fechst du dir verdammt! Du bist tot! Hast du mit... Du bist erledigt! Alles okay? Ja. Nein. Aufpassen! Sofort alle hier runterkommen! Du! Mehr von denen! Ach, woher kamen diese Schüsse? Weiß nicht. Durchsucht den Hof! Du! Übernimm die Cafeteria! Ich bleibe hier! Okay. Nein, lass dir! Hey! Hallo! Bei dir! Ich brauche dazu einentauchen. Ich mile dir nicht zu ihr. Ich, dein Körper war auch immer spirituell. Die Lappe. Scheiße, da oben, mehr von ihnen. Ah, come on! Hat sie erwischt? Nicht von uns! Mist, das sind echt Fehler. Ich hab's gesagt. Ich hab's gesagt. Ich hab's gesagt. Seht ihr das mal an. Scheiß auf die Robes. Klau ihr Zeug. Ich hab's gesagt. Ich hab's gesagt. Ich hab's gesehen. Wie kommt sie da runter? Keine Ahnung. Wurde das gemeldet? Glaubst du, das sind alle? Das überprüfen wir nicht. Ich hab's gesagt. 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 ich hab's gesagt... Ich hab's gesagt... Na los, rein da! Komm, wir müssen aus dieser Schule raus. Sofort. Irgendwie müssen wir zur Straße runterkommen. Wir müssen zur Straße. Wir müssen zur Straße runterkommen. 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 Alles klar? Ja. Ich dachte schon, es ist aus. Das sind also die Wolves. Schwer bewaffnet. Ja, allerdings. Und dass ihre Freunde tot sind. Werden sie nach uns suchen. Ich weiß nicht. Leichtsinnig. Ich weiß nicht. 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 das mädchen und sie ist wirklich ganz klar sie saß auf einem pferd die 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 Kinder died... TAUP! K.C! Sie sind in den Laden rein! Glaub nicht. Gut. Shit. Erkennst du einen von denen? Nein. Mann, diese QZ ist riesig, oder? Ziemlich riesig. Glaubst du, hier sind überall Wurfs? Hoffentlich nicht. Ist hier irgendwas? Nur Halloween-Zeug. Ein paar dieser Sachen sehen witzig aus. Finde ich nicht. Das war's für heute. Das war's. 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 Was ist das? alles ruhig alles klar ja und jetzt die gebäude sind auf der anderen seite sie nicht um es muss einen weg rüber den ersten stock ja Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, wir sind drüber. Und jetzt? Hey, Lina. Ja. Hey, dieses runde Gebäude. Sieht aus wie der TV-Sender. Ja. Komm. Ich weiß nicht, ob ich das alles ohne dich geschafft hätte. Oh, Scheiße. Was zum Teufel war das? Er ist in eine Falle gelaufen. Eine was? Explosivfalle. Pass auf, wo du hintriffst. Ich weiß nicht. Aber das ist nicht so, dass ich das�t. Und jetzt ist es, dass ich... Ich weiß nicht, weil ich das nicht verleuble. Ich weiß nicht. 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 Ja, ja, ja. Was ist das? Okay. Wo willst du hin? Hey, warte kurz. Alles verdrahtet hier. Alles verdrahtet hier. Irgendwelche Wolves? Ich sehe keine, aber schwer zu sagen. Ali? Fuck. Mir geht's gut. Was ist denn hier? Was, wenn sie weg ist, dass wir da sind? Darüber will ich jetzt lieber nicht nachdenken. Wir sollten solche Stolpergräte umfetzen auslegen. Vielleicht ein guter Weg, mit den Horden klarzukommen. Ja, das wäre gut. Obwohl wir wahrscheinlich auch andere erwischen würden. Wir könnten Warnschilder aufstellen. Was, wenn sie nicht lesen können? Dann eben Zeichnungen. Ein... Hey. Das. Wer das wohl ist? Äh. Eine, die will, dass wir ihre Liebe spüren. Meinst du, sie hat was mit den Wurfs zu tun? Keine Ahnung. Das ist echt komisch. Ach, du Scheiße. Die wurden alle erschossen. Hey, sieh mal. Das gehört Tommy. Die Infizierten haben sich daran ausgetobt. Ist alles okay? Ja, tut mir leid. Es ist nur dicker Schlag. Okay. Er muss zu Fuß weiter sein. Können wir wieder aufbrechen? Ja, alles gut. Bitte. Wieso ist diese Stadt so demoniert? In Boston war es nicht so, oder? In Boston war auch kein Bürgerkrieg. Die Fireflies haben sich nie auf diese Art gewehrt. Willst du den TV-Sender? Ja. Er ist da lang. Merk auf. Wow. Er tote. Mehr Erschossene. Tommy ist hier auf jeden Fall langgekommen. Ich wette, er ist da durch. Stabile Barrikade. Okay, tja, also... Stopp! Stolperdraht. Danke. Die sind überall. Wahrscheinlich für Infizierte. Trotzdem. Ein falscher Schritt. Ja. Wir müssen vorsichtig sein. Okay, bitte. Oh. 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 Oh, oh. Vielen Dank. 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 Fuck. Fuck. Okay. Fuck. 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 Das damit. Achtung. Definitiv nicht, Tommy. Wer zum Teufel war das? Ich weiß nicht. Aber es ist eine Botschaft. Das ist gerade erst passiert. Meinst du, sie sind noch hier? Ich hoffe nicht. Aber halt die Augen offen. Ich weiß nicht. Los, Minach! Los, Minach! Hier lang. Noch eine leichter da oben. Das gefällt mir nicht. Wir sind ungeschützt. Wir müssen alles durchsuchen. Ich will nie erfinden. Nur, sei vorsichtig. Ich werde das nicht mehr schützen. Ich werde das nicht mehr schützt. Ich werde das nicht mehr schützt. Ja, was ist das? 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 Das reicht fürs Erste. Weiter. Spuren voraus. Masri. Okay. Wir müssen weiter. Ich hoffe, da geht's durch. Ich dachte, sie hätten uns. Ich weiß. Verdammt nochmal. Also, was haben Sie? Ist das Gas oder Einsingling? Was? Haut? So, wie gesagt? Egal. Gut aufpassen. Was soll das mit diesem Eindringlinge? Gerade haben Scars die ganze Einheit gelünscht. Wir sollten sie einfach den Infizierten überlassen. Die haben Leidung gebracht. Das ist gut genug. Haben Sie wohl auch erwischt? Danke, Lika. Die haben Sie nicht. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Was ist das? Was ist das? Was? Was ist das? Was ist das? Hast du jemals sowas gesehen? Lothar hat uns eure Sporen. Aber das klang nicht wie ein Glothar. Was immer die bekämpfen, wir sollten sie sich gegenseitig töten lassen. Oh ja. Was ist das? 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 Da drüben ist noch eine Leiter. Okay. Wie kommen wir dahin? Das sollte gehen. Was ist das? Die Leiter ist kaputt. Verdammt. Verdammt. Was ist das? Was ist das? Ich hab dich? Ich hab dich. Was ist das? 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 Was? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Die Natur ist ein Arschloch. 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 Schandler! Die Natur ist ein Arschloch. 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 Die Natur ist eine Arschloch. Was ist das? Was ist das? Los geht's. Ich pass auf. Halt zu! Was zur Hölle war hier los? Ich würde sagen, ein Zugunfall. Danke, Sherlock. Oh nein. Ich frage mich, wie lange die nach dem Ausbruch noch gefahren sind. Ich habe da oben Licht gesehen. Na dann hoch. Tina? Ja, ich komme. Hey, das Licht kommt näher. Hey, ich helfe dir da hoch. Ja. Was ist das? Komm. Okay. Auf geht's. Schon fast geschafft. Geht voran. Ich komme! Ich komme! Ally, deine Maske! Hier. Wir können meine teilen. Nein, nein, nein! Sie sind nicht auf. Ally, stopp! Was? Nein! Ally, nein! Stopp! Ich bin nicht infiziert. Ich bin immun. Ich huste nicht, siehst du? Fuck. Dina? Ja. Shit. Kannst du laufen? Ja. Ja. Dann ich sie weg. Los! Nein! Lauf, Dina! Ellie! Ich bin hier! Bis langsamer werden! Hier, lang! Schnell! Fuck! Nach rechts! Komm schon! Oh, scheiße! Ah! Dina! Bitte. Hey. Wer kann uns im Theater daraus holen? Das klingt absolut traumhaft. Fast geschafft. Ich hab dich. Hier. Geht's? Okay, sieht gut aus. Ja, komm. Oh. Willst du mir sagen, was mit dir los ist? Was mit mir los ist? Ellie, du hast gerade Sporn eingeatmet. Du weißt doch. Ich bin immun. Okay. Du bist immun? Ach komm. Ich wurde gebissen vor langer Zeit. Was zur Hölle redest du denn da? Ich wurde gebissen und nichts ist passiert. Oh. Die Verletzung. Maria und Tommy und Joel sind die einzigen, die es wissen. Wussten. Und jetzt du. Ich kann dich nicht infizieren, falls du das denkst. Ich kann dich auch nicht immun machen. Sag doch was. Ellie. Ich glaub, ich bin schwanger. Was? Keine Sorge, es ist nicht deins. Was sollen wir... Was sollen wir denn jetzt machen? Gar nichts. Ich muss mich nur kurz ausruhen. Soll das ein Witz sein. Wie lange weißt du's? Ich bin seit ein paar Wochen drüber. Ein paar Wochen? Wir hätten... Wir hätten noch umkehren können. Ich wusste es nicht. Ich war mir nicht sicher, okay? Ich wollte keine Umstände machen. Aber jetzt machst du Umstände, oder? Ich... Ich scheine auch, ob sie sicher ist. Ich muss... Ruhe dich aus. Ruhe dich aus. Ruhe dich aus. Schwanger. Scheiße, schwanger. Wie kann man sowas nur geheim halten? Wie kann man sowas nur geheimen? Okay, die Notiz ist alt. Trotzdem, lieber vorsichtig. Okay, die Notiz. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. A shaft. What's this, sis? Okay. 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 Wow. Okay. 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 Malte. Amen. If I have a word I'll lose you I truly lose myself I have a word Die muss erst mal Hornhaut wachsen, das ist alles. Ja. Okay, na los. Was ist es? Ja. Oh, shit. Ich rate jetzt mal. Willst du dir die Überraschung schon verderben? Keine Ahnung. Ist es ein Dinosaurier? Tja, hör auf zu raten, ich sag's dir nicht. Okay, ist es ein Elefant? Ist es ein Cabrio? Komm's dir nicht drauf. Ist es ein Welpe? Ist es ein Haufen Kätzchen? Du meinst ein Wurf. Was ist ein Wurf? Mehr gehen, weniger reden. Sei vorsichtig. Alles gut. Ups. Bist du verrückt geworden? Du solltest mal dein Gesicht sehen. Ich hätte ertrinken können. Du ertrinkst schon nicht. Du brauchst mehr Selbstbewusstsein, Kleine. Ja, lach nur, alter Mann. Willst du schon sehen. Hier geht's lang. Du bist mies. Du schwimmst schon besser. Aber denk dran, nicht umfuchseln. Das Wasser mit dem ganzen Arm wegdrücken. Bla, bla, bla. Gut zu wissen, dass du mir zuhörst. Elli, komm her. Sieh dir das an. Siehst du den Heerstoff? Siehst du? Da drüben. Schau. Ja. Ich sehe es. Ja? Sieht aus wie... Und wie ist das? Erfrischend. Ja, ist nicht so schön, reingeworfen zu werden, was? Tja, eigentlich müssen wir sowieso hier durchschwimmen. Schon verstanden. Du bist sehr wütend. Ich bin wirklich sehr wütend. Jetzt komm. Du musst hier drunter durchtauern. Hol ganz tief Luft. Ja, ich kann das. Ja. Ist es mein Geschichtslehrer aus der sechsten Klasse, der sich entschuldigen will, weil er immer so fies war? Äh, wie bitte? Meine Freundin und ich haben immer gemeckert, wenn er die Fireflies Terroristen nannte. Wir mussten... oft nachsitzen. Du darfst dich wirklich nicht immer so leicht ärgern lassen. Ist schwer, wenn jemand so fies ist. Trotzdem. Und wieder ein Taukang. Du, wo bringst du mich hin? Wie ist es? Ein neues Paar Turnschuhe? Wie viele hast du eigentlich davon? Nicht genug. Hier. Okay. Ach, scheiße. Genug geraten. Oh, gut. Aber, äh, ist es eine riesige Comic-Heft-Sammlung? Äh, nein, warte. Ein neues DVD-Set? Äh, ja. Äh, welches denn? Bloß, ja. Vielleicht Laserdists. Die sollen mega sein. Okay. Okay. Ach, du Scheiße, Joel. Da wären wir. Oh, mein Gott. Es ist ein Dinosaurier. Das ist er. Joel! Überraschung. Ach, du Scheiße. Es ist ein Gottverdammter Dinosaurier. Ja. Der König der Echsen-Tyrann. Na, du Großer. Wyoming Museum für Naturkunde und Geschichte. Wie hast du diesen Laden entdeckt? Maria. Sie hat mir davon erzählt. Ich dachte mir, dass das was für dich ist. Richtig gedacht. Was ist das? Äh, ein Buch? Ein Dinosaurierbuch. Okay. Schon gut. Hallo, tut mir leid. Die Dinosaurier sind beschäftigt. Was machst du da? Oh, Moment. Ein Dinosaurier ist hier. Joel, ist für dich. Sehr witzig. Es ist auch witzig. Kapiert? Du bist alt. Oh, schon klar. Okay. Okay. Kommt so Gnatus. Puh, großer Name für die Zwerge. buchfält again. meant für mich. Triceratops heißt Dreihorngesicht. Mit dem Horn solltest du dich lieber nicht anlegen. Wow, das Hirn von dem hier war so groß wie eine Walnuss. Das gibt's ja nicht. Da habt ihr beide ja etwas gemeinsam. Nicht schlecht. Brachiosaurus fraß täglich knapp 300 Kilo Pflanzen. Muss der gepupst haben? Gali Mimus bedeutet Hühnernachahmer. Wer denkt sich das aus? Wissenschaftler. Tja, die sind echt doof. Das Dimetrodon war ein Spitzenpredator. Was ist ein Spitzenpredator? Der allerkrasseste Predator. Hm. Dafür ist er aber klein. Warte, meinst du etwa mich? Oh, cool. Was hast du da? Diese Superheldenkarten waren wohl beliebt. Ich glaube, Sarah mochte die eine Zeit lang. Oder waren es diese kleinen Viecher? Vergessen. Mö... 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Sieht aus wie eine Giraffe. Ja, da hast du recht. Hey! Wirklich reizend. Sag ich doch. Hast du das etwa gewusst? Es gefällt dir nicht. Wir können auch wieder gehen. Sei bloß still. Hey, Joel, kannst du alle Planeten aufzählen? Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neuen Planeten. Äh, hallo? Äh, hallo? Alles klar bei dir? Nein, Merkur, Vater, Venus erklärt, Erde. Oh, okay. Verstehe. Das ist echt cool. Hey, hey. Hey, Joe. Rate mal, welches die als erstes im Weltraum war. Ich brauche nicht zu raten. Es war ein Affe. Nein, Fruchtfliegen. Ja, 1947. Um die Strahleneinwirkung in großer Höhe zu testen. Sie haben es überlebt. Alle Achtung, du bist echt schlau. Danke. Sind sie zu Superfliegen mutiert? Was? Nein. Wow. Erzähl noch was Interessantes. Hm. Astronauten sagen, der Mond riecht wie Schießpulver. Das ist interessant. Aber warte, wie haben Sie... Oh, Sie haben die Mondproben natürlich reingeholt. Und ich schätze später dran gerochen. Okay, was jetzt? Sag du es mir. Ähm, frag mich. Ich weiß nicht. Wer war der erste Mensch im Weltraum? Ah, leicht. Yuri Gagarin. Gagarin? Ist das... Gagarin, oder? Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Hab's nur gelesen. Ähm, jedenfalls flog er am 12. April 1961 ins Weltall. Ich bin beeindruckt. Wie viele Bücher hast du darüber gelesen? Komm schon, Joel. Ist das nicht unfassbar? Erklär mir, was dir daran so gefällt. Ähm, weiß nicht. Die Leute deiner Zeit, sie hatten es leicht. Ähm, relativ betrachtet schon. Ich meine, sie mussten nicht in den Weltraum, flogen aber trotzdem. Das ist tollkühn. Hm, tollkühn. Okay, Kleiner. Hab's kapiert. Weißt du, wie oft wir auf den Mond waren? Äh, zweimal. Sechsmal. Bist du sicher? Ja, ganz sicher. Mit mir wären sieben. Wow, Hammer. Wo ist das Lenkrad? Mondfahrzeuge haben keins. Sie haben Joysticks. Ha. Moment. Ist das der echte? Da die echten auf dem Mond geblieben sind, eher nicht. globalen Chatzeuge haben. Wie gesagt. Gut. Gut. Nicht so schnell junge Dame, wenn du ins Weltall willst, brauchst du einen Helm. Klar, wie dumm von mir. So cool. Wie riecht's da drin? Nach Weltall. Und Staub. Nach dir. Vorsicht. Wow. Das ist zum Teufel. Das sind eine Menge Knöpfe. Wow. Echt abgefahren. Mann. Kannst du dir das vorstellen? Happy Birthday, Kleine. Was ist das? Das ist etwas, das richtig schwer zu finden war. Hier. Schließ die Augen. Du wirst es mögen. Okay. 30 Sekunden, dann counting. 20 Sekunden, dann counting. T-minus 15 Sekunden, Guidance is internal. 12, 11, 10, 9, Ignition sequence time. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engines running. Liftoff. We have a liftoff. 35, 32 minutes to dry for the hour. Missed up on Apollo 11. IEB SING emerged Das war's für heute. Okay? Willst du mich verarschen? Gern geschehen. Na, was meinst du? Sehen wir uns noch ein bisschen um? Ja, okay. Hey. Willkommen auf der Erde. Ja. 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 Okay, schlechte Neuigkeiten. Irgendein Mist blockiert die Tür. Dann, sieh mal nach, ob ich anderswo rein kann. Ich geh aus dem Grund. Okay, sei vorsichtig. Und du auch. Hier gibt's Dinosaurier. Alles Gute, Kumpel. Der brauchte ne Umarmung. Es ist dunkel hier. Scheiße. Okay. 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 Komm raus, Arschloch. Das war's. Okay. Okay. Dämliche Fake-Fiecher. Shit! Ich bin hier Was war das denn nur irgendein tier Gut wir sollten weiter ich will ein feuer machen bevor es zu dunkel wird Na komm Okay Tief 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Sie haben die Schule gesehen. Gut. Dieser Kerl, Owen, er wird vermisst. Vielleicht hat Tommy ihn erwischt. Vielleicht. Was ist mit ihr? Bis jetzt nichts. Einheit Romeo, kommt zu Standort 2. Wiederhole, bitte zu Standort 2 kommt. Bestätigen. Also, die Zahlen stehen für Orte. Dieser TV-Sender hier, das ist die 6. Aus der 2 kommt eine Menge Lärm. Also ist das wohl ihr Hauptquartier. Das hilft. Hör mal. Letzte Nacht, das... Das war dumm. Vernunftste gemeldet in 14. Alle verflussbaren Einheiten melden. Over. Hier Standort 13. Einheit Lima in der Nähe. Wie viele Stats habt ihr? Over. Negativ. Keine Stats. Männliche Eindringling. Männliche Eindringling? Tommy. Wo ist die 14? Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, dann rate. Also, wenn das die 7 ist... Und hier drüben die 12... Dann müsste es irgendwo hier sein. Hellcrest. Okay. Dina? Ja? Nicht gut. Hey. Ich übernehme das. Du überwachst sie, okay? Ja, okay. Warte. Gib her. Als Glücksbringer. Ich glaube nicht an Glück. Ich schon. Okay. Okay. Okay, Hillcrest. Bin ich hier richtig? Definitiv richtig. Das muss Tommy sein. Scheiße. Junge. Was ist das? Das war's. 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 Was ist das. Das war's. 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 Was ist das? Oh, oh, oh. Nein! Geh! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Na, bitte. Na, bitte. Na, bitte. Na, für den Fall. Gut, could see it. Woah, was war das? Oh, shit. Sei am Leben, Tommy. Oh, shit. 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 Okay. Was ist das? Ah. So kann man Puppen auch nutzen. Mal sehen. Okay. Hey, die Hunde wettern irgendwas an Hügel. Er ist da unten. Niemals. Er ist noch hier oben. Er hat gerade einen der Trucks hochgejagt. Sicher? Ja, verdammt sicher. Alle ausschwärmen. Es sind vielleicht mehrere. Okay. Was ist das? Bis zum nächsten Mal. Okay. Oh, fuck, I... Ich glaube, er hat was. Na, nicht so was? Geh weiter, Junge. Jetzt meil ich, ja. So, das war's dann so. Nicht so nicht. Seht ihr sie? Hat sie jemand gesehen? Ja. 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 Oh mein Gott! Don't! Wer flog doch mal? Harry! Ach, du Scheiße. Siehst du was? Noch nichts. Das ist er auf gar keinen Fall. Vielleicht infiziert. Er ist nicht alleine. Will ich echt nicht hoffen. Was ist der Drift? Es hat echt! Oh mein Gott. Ich hab ich dich nicht die Frage. Oh, mein Gott. Oh, shit. Oh, shit. Go! 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 Oh, shit. 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 Gott, mein. Oh, shit. Oh, shit. Oh. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Los, los, los! Oh, fuck. Richtung wechseln. Okay. 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 Fuck. Fuck. Hier ist ein Einfluss! Ah! 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 No! Los! Los! Lass sie nicht entkommen! Wir haben sie umziehen! Vorrücken! Los! 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 Sch-sch-sch! Was zur Hölle machst du hier? Dachtest du etwa, ich lass dich hängen? Jesse? Wo ist Dina? In Sicherheit. Sie ist nur krank. Was hat sie? Nichts Schlimmes. Scheiße, das sind echt viele. Hey, bist du stark verletzt? Wird schon wieder. Deine Freunde haben mich überrascht. Ganz ohne Vorwarnung. Sag mir, dass du nicht allein bist. Reg dich später auf. Du bist so ein Idiot, das weißt du schon, oder? Ja. Wir suchen das ganze Gebiet. Okay. Siehst du den Truck? Das ist dein Plan? Wir müssen hier wegkommen. Okay. Bereit? Ja. Hey. Hey. Bitte sei vorsichtig. Okay. Wonach suchen wir überhaupt? Einbringling. Ich hab den linken. Der scheiß wieder? Wir brauchen mehr Leute bei den Mauern. Bin ganz bei dir, Mann. In diesem Haus! In diesem Haus! Lasst ihn nieder! ... Okay. Jesse, bring euch hinauf, verdammt! Halt auf! Jesse! Scheiße! Achtung! Auf die Reise! Lass ihn! Halt! 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 Geh auf den Fußball! Halt! 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 Oh, my God! Halt! 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 Uh! Halt! 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 Okay. Dina! Hey. Oh mein Gott. Jess. Hey Dina. Wie? Hey. Alles okay? Ich brauch nur ne Portion Schlaf. Wir sollten reingehen. Ja, okay. Komm. Langsam. Bist du an Maria vorbei? Mich rausgeschlichen. Ich lass meine Freundin nicht im Stich. Und du bist krank? Oh, nur... ...ein bisschen Bauchweh. Komm. Setz dich doch, ne? Nein, nein, nein. Ach, das musst du nicht machen. Sei still. Wann bist du aus Jackson weg? Einen Tag nach dir. Aber an der Grenze zu Oregon gab es viel schneller. Ich war in den letzten zwei Wochen jeden Tag 18 Stunden unterwegs. Nachher? Und was bitte? Wir haben unterbrochen. Kannst du auf Masken und alles ist vergessen? Ich weiß, nur die Leine in früher wieder. Ah! Ah! Hä? Hörst du mir zu? Ja, alles gut. Okay. Also, diese eisige Stille. Mann, ich meine, ich würde meinen eigenen Geburtstag vergessen, wenn sie mich nicht erinnern würde. Du solltest dich einfach entschuldigen. Ich habe nur gesagt... Okay, was liegt an? Nichts. Wieso? Ich merke, wenn was nicht stimmt. Mir gehen Dinge im Kopf rum. Sag mir, wenn du darüber reden willst. Okay. Da sind Versprengte. Wie viele? Eine Handvoll. Willst du es probieren? Bist du sicher? Bin heute großzügig. Hehehe. Siehst du das Schild, das Rote? Versuch es zu treffen. Gut, um sie aus ihren Löchern zu locken. Du musst höher zielen. Gib der Kugel Spielraum zum Fallen. Okay. Geräusche locken sie. Wir sind in der Krühe. 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 Shit. Shit. Ich mag das Teil. Das waren alle. Wenn du weiterschießen willst, meist gibt es dort noch mehr. Okay. Woher kommen die? Die Horden halten sich im Winter gern in diesem Gebiet auf. Und sie lassen immer ein paar zurück. Sie nehmen jedes Jahr dieselben Routen? Ein Zugverhalten oder so. Huh. Warum wohl? Also, wenn das Barometer eine bestimmte Temperatur erreicht... Ach, ich weiß es auch nicht. Hehehe. Sieh dir den Schuppen an. Sieht aus, als laufen sie den Hügel runter. Hm. Ah. Totes Tier. Sie rucht dort bei dem Wagen. Sie fressen sich an dem Hirsch, der satt. Sie haben wohl Hunger. Ich bin beeindruckt. Sieht gut aus. Da sind bestimmt welche. Ist da was beim Skilift? Schau da hinten hin. Unter den Gondeln. Am Turm. Siehst du's? Lass dir zeigen. Du hast Talent. Noch ein paar... Was dachtest du denn? Wunderbar. Eilen. Keine Eilen. Du kriegst das Haus. Du lernst echt schnell. Ja. Da sind noch ein paar. Gut gemacht. Komm schon. Der Herbst liegt in der Luft. Der Duft von trockenem Laub. Es hat gedauert, bis ich den Bogen raus hatte. Warte, bis ich Joel davon erzähle. Ah, ich sehe keine mehr. Ja, ich auch nicht. Okay. Gehen wir rein. Mal sehen, ob Joel zurück ist. Klar. Her damit. Hey, danke. Genau, was ich brauchte. Klar. Ladies first. Ich soll eigentlich nichts sagen. Aber Joel macht sich Sorgen um dich. Gibt keinen Grund zur Sorge. Ja, ist wohl so. Aber wenn du nicht mit ihm redest, bitte glauben, dass was nicht stimmt. Ich rede mit ihm. Mehr als nur Hallo und Tschüss. Okay? Okay. Ich versuch's. Ganz ruhig, Freunde. Habt ihr da draußen geschossen? Nur ein paar Versprengte. Ellie hat mein Visier ausprobiert. Und, wie war's? Ja, war ganz gut. Du bist wohl nicht dazu gekommen, die Seiten zu wechseln. Hätte ich das machen sollen? Ja, du... Wir besorgen dir neue. Da unten ist ein Musikladen. Die haben bestimmt Gitarren. Ich meine, es wird doch sowieso mal Zeit, sich da umzusehen. Ich halte Wache. Was meinst du? Ja, es wird Zeit. Willst du wirklich nicht mit? Geht schon los. Erwartet. Hey, was macht der Savage Starlight hier? Ich glaube, dir gehört Joel. Hm. Hm. Ist der Posten plötzlich interessant? Ich will nur sicher gehen, dass ich alles habe. Vielleicht brauchst du keine Seiten. Klingt okay, finde ich. Puh. Wunderbar. Okay. Gehen wir. Okay. Komm mit, Kleine. Also, haben Tommy und du was gesehen, als ihr unterwegs wart? Nur die paar, die wir vorher gesehen hatten. Und du? Oh, na ja. Und zwei Runner in einem Haus. Jesse meinte, du kommst. Jesse meinte, du kommst echt gut klar bei diesen Gruppenpatrouillen. Er meinte, er würde dich für ein paar Patrouillen empfehlen. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, du bist noch etwas jung dafür. Ich bin eine bessere Schützin als fast alle anderen. Und ich habe mehr Erfahrung als die meisten neuen Rekruten, die... Wenn du meinst, dass du bereit bist, glaube ich dir. Okay. Danke. Aber tu mir einen Gefallen und nimm erstmal die kürzeren Rekruten. Du weißt schon. Um zu sehen, wie du klarkommst. Okay. Weißt du noch? Diese Savage Starlight Comics, die du so magst. Ja. Tommy und ich haben welche gefunden, als wir neulich in der Schule waren. Haben sie dir gefallen? Oh, na ja. Die sind nicht wirklich meins. Dr. Daniela Star ist ziemlich... Sie ist knallhart. Was sie in dem Kampf mit Captain Ryan anstellt. Wow. Ja, ich meine... Er hat es schon verdient. Aber cooler Twist, wie wir. Du bist witzig. Wir laden hier in den Raum. Wir haben besser die Pferde hier. Ja, klingt gut. Hey, ich stimme. Pass auf dich auf. Da ist der Musikladen. Ja, ich sehe ihn. Hab schon. Äh... ...hier können wir nicht lang, oder? Was? Verdammt! Da könnte man sonst drüber schwimmen. Okay, und was jetzt? Naja, wenn du willst, könnten wir durchs Hotel gehen. Okay, gern. Oh, das könnte was sein. Glaubst du, du passt da rein? Versuchen kann ich's. Vorsicht. Yep. Ich bin durch. Moment! Okay. Na, hallo. Howdy. Vereindruckt? Nee, du bist einfach zu dünn. Du musst mehr essen. Gern geschehen. Ali, hier. Ich glaub, da geht es durch, aber hier sind Sporen. Setz die Maske auf. Muss das sein? Wir sind's doch nur. Was, wenn wir jemandem begegnen? Okay, gut. Wir müssen das klug angehen. Wenn du aufhörst, die Maske zu tragen, müsste irgendwann einen Fehler machen, wenn's gar nicht passt. Ich mache keine Fehler. Du hast es niemandem sonst erzählt, oder? Nicht Jessie oder Dina, oder? Natürlich nicht. Okay, gut. Was? Ich weiß. Wie? Ich weiß. Warst du hier schon mal drin? Nein. Wir patrouillieren nur auf den Straßen. Fühlt sich an wie ein Versäumnis. Ach, vielleicht... Okay. Okay. Wurde wohl vor einer Weile erschossen. Wann kam die letzte Patrouille hier durch? Weiß nicht. Ist das jemand von uns? Nein. Die einzigen, die in Jackson vermisst werden, sind die Teenager vom letzten Jahr. Die ist zu alt. Ist bestimmt nur herumgeirrt. Hier lang. Ellie, komm. Wir sind auf Patrouille, stimmt's? Okay. Schalten wir sie aus. Schalten wir uns. Schalten wir uns. Schalten wir uns. Mehr Infizierte, bereit machen! Da ist ein Run-Up! Links! Drive! Hier drüben! Pass auf! Er ist ein Stopp! Stop! Und runter! Stopp! Stopp! Alli! Hier! Mehr von denen! Stopp! Ah! Oh! Die Vähse! Joel, ich glaube, das war's. Glaube ich auch. Gut gemacht, Kleine. Also, was hältst du davon, die Seiten erst mal nicht zu holen? Das wollte ich auch gerade sagen. Aber ich glaube, unser einziger Weg ist jetzt vorwärts. Sieht aus, als könnte das hier was sein. Ich folge dir. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das war's für heute. Siehst du, was da ist? Ja. Okay. Annie! Danke. Ja. Hey, Joe. Das sind sie. Das Paar, das letztes Jahr weggelaufen ist. Du könntest recht haben. Jackson ist echt wundervoll. Aber wir können nicht mehr mit ansehen, dass die Leute anderswo leiden. Wir wollten Leben retten. Wir wollten Gutes tun. Nach nicht mehr einer Stunde trafen wir auf eine Horde. Wir sind infiziert. Wir haben beschlossen, unser Leben zu beenden, ehe wir uns verwandeln. Sagt unseren Familien, dass es uns leid tut. In Liebe, Adam und Sidney. Ich hab sie erschossen. Mich kann ich nicht umbringen. Ich bin ein verdammter Feigling. Adam. Scheiße. Ja. Wollen wir Tommy, dann können wir die Leichen nach Jackson zurückbringen. Ja. Als du mich aus der Firefly-Klinik weggebracht hast, sagtest du, es gab Dutzende wie mich. Ja. Ja, das haben die gesagt. Ich hab noch nie andere Immune getroffen. Du etwa? Vielleicht verbergen sie es. Du ja auch. Glaubst du das wirklich? Sollten wir wirklich jetzt darüber reden? Wir sind durchs halbe Land gefahren, um mich zu den Fireflies zu bringen. Ich hatte so viele Fragen an sie. Warum hast du mich da rausgeholt, als ich noch bewusstlos war? Ich hab sie ihre Tests machen lassen. Und als ich merkte, dass die sinnlos sind, wollte ich weg. Woher wusstest du, dass sie sinnlos sind? Hättest du ihnen mehr Zeit gegeben, vielleicht hätten sie etwas rausgefunden. Es gab keine Heilung. Absolut nichts hätte diesen Leuten helfen können oder irgendwem. Ich weiß, du willst, dass die Dinge anders liegen. Das tue ich doch selbst. Aber das tun sie nicht. Wir müssen die beiden ihren Familien zurückbringen. Oder gibt's noch was, was du hier durchkauen willst? Nein. Gut. Dann komm. Dann komm. Dann komm. Das war's. Jesse schläft. Hey, lass mich mal. Er ist ein guter Kerl. Mhm. Warum hast du nichts gesagt? War der falsche Zeitpunkt. Das wär's. Was ist hiermit? Hilft uns das? Ja, tatsächlich. Abby? Äh, nein. Dieses Mädchen, Nora. Ihre Einheit ist in diesem Krankenhaus. Sie sammeln Vorräte oder sowas. Dieses Krankenhaus? Ja. Warte, du gehst jetzt? Ja, das ist ne Spur. Warte doch wenigstens, bis Jesse sich erholt hat. Dann könnte sie schon weg sein. Ellie. Wir wissen, wo sie ist. Und Tommy vielleicht auch. Was? Nichts. Gut. Hilfst du mir bitte mit der Tür? Ja. Okay. Wenn ich der Fünf folge, sollte ich zum Krankenhaus kommen. Der Fünf folgen. Nora finden. Hast ja rausquetschen, wo Abby ist. Leicht. Leicht. Ich muss da durch. Hier durch. Das war's. não Vertraber. Trigat. Und wenn Sie im Moment haben sich bestوفt, Okay, ein Fortschritt. 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 Okay. Okay, ein Fortschritt. 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 Verweigert. Sehen wir mal, was hier drin ist. Oh? Vielen Dank. 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 Mann. Vielen Dank. Nein. Was zum Teufel, Leute. Vielen Dank. Ich muss vorsichtig sein. Okay. 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 Was ist das? 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 Ich hab's echt erwischt. Was ist das? 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 Das war's für heute. Verdammt, ich muss hier raus. Okay, aber zum Teufel bin ich hier. Okay, du bist hier und das Krankenhaus ist hier. Abkürzung durch den Park. Ah! 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 Shit! Wer zur Hölle? Ah! 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 Oh, come on. Oh, 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 oh. Das müssen die Skars sein. Wir gehen. Kartenhaus. Wir haben nur aufgehängt. Okay, das ist die Straße zum Krankenhaus. Okay, das ist die Straße zum Krankenhaus. Okay. Okay, das ist die Straße. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich lasse ihn! Nein! Nein! Alles klar. Keine Spur von ihr. Ausschwärmen. Augen auf. Ach, du Scheiße. Ja, glücklich! Nichts, schreie. Ah. Was ist das? Oh, oh, oh. Lass uns! Lass uns! Shh! Was ist das? Das war's. 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 Was? Das war's. 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 Okay. Das war's. 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 Okay. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Endlich. Endlich. Das war's. Das war's. Okay. 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 Das war's. 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 Scheiße! Oh, Gott! Okay, Abby, wo steckst du? Oh, verdammt! Oh, Gott! 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 Was ist das alles? Oh, Gott! 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 Okay. Wo zum Teufel steckst du? Oh, Scheiße. Hier komm ich nicht weiter. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Oh, Blöder Hund. Oh, Scheiße. Was zum Teufel ist hier passiert? Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Oh, echt jetzt? Wie oft hat Abby für dich ihr Leben riskiert? Das war ihre Wahl, verdammt! Ich geh da nicht hin! Dann lass es! Geh zurück! Fick dich, Owen! Hände hoch! Wo ist Abby? Du bist die Kleine aus Jackson. Sag mir, wo sie ist. Tötest du uns nicht trotzdem? Wenn du es ihr sagst, sind wir tot. Ihr könnt das überleben. Ich brauch nur sie. Bullshit. Du. Komm her. Bewegt dein Arsch hierher! Zeig mir auf der Karte, wo sie ist. Und danach du. Wieher stimmt nicht überein. Okay. Was hast du vor? Sie ist bestimmt eh schon tot. Das ist es nicht wert. Stopp! Wir können über alles… Geh sofort zurück! Zeig mir, wo sie ist. Zeig es mir einfach! Zeig! 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 Zeig mir, wo Abby ist. Zeig mir, wo Abby ist. Esf. Ja! Nein, nein, nein. Lally! Lally! Boa! Hey! Tommy! Hey! Es tut mir leid. Alles ist gut. Komm schon, gehen wir. Gehen wir. Alles ist gut. Ja. Hallo. Hallo. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wenn Sie morgen in Fall City sind, wäre das gut. Hey. Die haben gekriegt, was sie verdienen. Aber sie darf weiterleben. Ja. Ist das okay? Muss das sein. Ich freue mich echt nicht drauf, wieder durch Idaho zu kommen. Du solltest dir lieber Sorgen machen, was Maria mit dir anstellt, wenn du zurückkommst. Wir haben schon Schlimmeres durch. Aber als ich in die Stadt durch so eine Nobelecke kam, habe ich eine Halskette gefunden. Die funkelt ziemlich. Glaub, die ist aus echtem Gold. Du glaubst, die ist aus echtem Gold. Es ist echtes Gold. Zeig mal. Ich weiß, wie Gold aussieht. Wenn die echt ist, können wir sagen, sie ist von uns allen. Such dir was Eigenes zum Bestechen. Wie geht's dir? Gut. Ali. Gut. Danke, dass du für mich da warst. Ich lass meine Freunde nicht im Stich. Du bist so schmalzig. Okay, wie wär's mit... Meine Freunde kommen eben ohne mich nicht klar. Schon besser. Scheiße. Jesse. Steh auf. Hände hoch oder ich erschiss ihn. Mach es bloß nicht, Ellie. Hau einfach ab. Steh auf. Sofort. Du nicht, was sie sagt. Halt die Fresse. Fuck. Okay. Stopp. Stopp. Waffe runter. Waffe runter. Nein. Nein. Ich weiß, warum Joel sterben musste. Er hat alles getan, um mich zu retten. Wegen mir gibt es keine Heilung. Du bist hinter mir her. Lass ihn gehen. Du hast meine Freunde getötet. Wir ließen euch beide am Leben. Und es war umsonst. Und es war umsonst. Dad? 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 Dad, komm schon! Mach das doch nicht andauernd! Mach das doch nicht andauernd! Mach das doch nicht andauernd! Dad! Wo steckst du? Ich bin nur 20 Jahre zu spät. Ich bin nur 20 Jahre zu spät. Ich bin nur 20 Jahre zu spät. Sieh mal einer an. 1978. Dann mal los! So. Okay. Gut gemacht, Abby. Oh nein! Abs! Du, äh, du hast da ein bisschen Matsch, Süße. Du auch. Wo? Na, hier! Weißt du, immer wenn du einfach abhaust, machen sie mir die Hölle heiß. Ach komm! Sie hätten dich tatsächlich lieber in Sicherheit. Der Wald ist sicher. Dad. Abs! Sie hält sich jetzt direkt hinter diesen Bäumen hier auf. Und? Sie wirft jetzt bald. Wir sehen nur kurz nach ihr und gehen dann zurück. Versprochen. Beeilten wir uns einfach. Siehst du? Ich hab ja meine Tochter, die mich beschützt. Woher wusstest du, wo ich bin? Owen hat mich verraten, oder? Das ist sein Job. Wie hast du's aus ihm rausgekriegt? Äh. Hey, hab was gefunden. Wow. 1978. Die fehlt mir noch in meiner Sammlung. Kannst sie behalten? Wenn du mir versprichst, sowas nicht nochmal zu machen. Okay, einverstanden. Warum glaub ich dir nicht? Keine Ahnung, was du meinst. Komm schon. Suchen wir weiter. Dad! Schon gut. Du bist wieder bei Owen, ehe du dich versiehst. Moment, was? Gar nichts. Gar nichts. Nur, ihr beide verbringt ziemlich viel Zeit zusammen. Viel mehr als früher. Oh Gott. Wie lange weißt du's? Ich bin dein Dad. Ich sehe sowas. Zum Beispiel, wie ihr wirklich ganz doll versucht, euch nicht anzusehen, wenn ich dabei bin. Ihr werdet ganz ernst. Es ist niedlich. Ich kann das nicht. Und er bringt dich zum Lachen. Ja, weil er so ein Blödmann ist. Mir gefällt einfach, dass er jetzt so nett zu mir ist. Er wird ganz nervös, wenn er auf mich aufpassen soll. Dann nutzt du ihn also aus? Ich? Niemals. F. Da. Frische Spuren. Mal sehen, ob wir was anderes finden. Warte. Das hier ist nur ein Trick von dir, um mit mir Spuren lesen zu üben, oder? Aber nicht doch. Funktioniert es? Tja, ich mein, ich hab dich gefunden. Ja, aber mit Schummeln. Man tut, was man tun muss, damit alles läuft. Wow. Du hörst mir ja doch zu. Manchmal hast du helle Momente. Siehst du noch was? Noch nicht. Such weiter. Äh, Dad? Hier ist... irgendwas. Oh mein Gott. Sie hat schon entbunden. Und hier. Zwei Spuren. Dad? Das ist sie. Na los. Das klingt gar nicht gut. Nein. Sie hat Schmerzen. Dad? Los, komm. Dad, warte. Was, wenn hier Infizierte sind? Das Gebiet ist sauber. Wusstest du, dass sie wandern? Du bist bewaffnet, oder? Klar. Dann bin ich unbesorgt. Oh Mist. Erbs. Was? Wir müssen sie losschneiden. Was? Ist okay. Ist okay. Ganz ruhig. Keine Angst. Wir tun dir nichts. Ist okay. Verdammt. Es steckt richtig tief. Erbs. Erbs. Komm her. Hier. Ich halte sie fest. Okay. Ganz ruhig. Doc. Doc, sind sie hier? Wir sind hier, Owen. Was? Hey, komm her und hilf mir beim Festhalten. Wir brauchen sie oben bei mir. Owen. Festhalten. Na los. Hey, Vorsicht. Okay. Hast du sie? Ja. Okay. Dann los, Erbs. Langsam. Okay. So. Hallige Scheiße. Alle suchen nach ihnen. Wir müssen… Hey, halt! Dad! Was ist los? Komm mit! Das haben wir gut gemacht. Doc. Das Mädchen ist da. Welches Mädchen? Von dem Aline da und redet. Sie war in den Tunneln. Sie hat eine alte Bisswunde am Arm. Kein Zeichen einer Infektion. Das kann nicht sein. Sie machen schon Tests, aber… Sie brauchen ihre Hilfe. Dad. Gehen wir. Es ist mit dem Hirn verflochten. Wir haben keine Wahl. Es muss doch auch anders gehen. Wir können die Probe nicht entnehmen, ohne den Wirt zu töten. Den Wirt? Sie ist ein Kind. Und keine Petrischale. Glaubst du? Ich weiß nicht… Ich bin mir der Situation bewusst. Und du kannst damit leben, sie zu töten. Ich kann damit leben, einen Impfstoff zu entwickeln, der Millionen rettet. Wie viele Fireflies sind für weniger gestorben? Das war ihre Entscheidung. Fragst du um Erlaubnis oder wirst du es sowieso machen? Ich bitte dich. Sieh es ein. Und wenn das Abby wäre? Hör zu. Alles, wofür wir gekämpft haben. All die Opfer. All diese schrecklichen… All das wird durch diese Tat gerechtfertigt. Wäre das deine Tochter? Was würdest du tun? Abbie. Deine Abendessen. Danke, Süßer. Hey. Marlene. Tu es. Danke. Danke. Ich werde es Joel sagen. Wieso? Er hat sie durchs ganze Land begleitet. Er hat ein Recht darauf. Viel Glück bei der OP. Nee. Du tust das Richtige. Ja. Wenn ich das wäre, würde ich wollen, dass du es tust. Dann würde ich etwas geben. Ich bin der Kanzler zack. Es ist nicht so shggelig. Nicht dabei? Ich bin der Kanzler Ist der immer noch hier drin? Ist das? Nein! 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 Joe, steh auf! Steh auf! Steh verdammt nochmal auf! Hört bitte auf! Bitte tu das nicht! Joe, bitte steh auf! Ah! Nein! Schmo in der Hölle, Pendejo! Ich bring euch um! Woah, woah! Was soll das? Manny! Aufräumen! Nein, nein, nein! Wir wollten ihn! Das war's! Lebendig sind sie ein Risiko! Das war doch klar! Er hat recht! Wir müssen das beenden! Wenn wir sie töten, sind wir nicht besser als er! Sie haben uns nichts getan! Ach ja? Und mein Gesicht? Scheiß auf dein Gesicht! Du hättest Wache stehen sollen, wie ich's dir gesagt hab! Weg da! Hör auf! Sonst was? Hör sofort auf! Verruht euch! Jordan! Erschießt du mich? Stopp! Das reicht! Abby! Oh! Ruhig! Alles okay, Erbs? Ja, nur... Was gibt's? Ich hab dich überall gesucht! Wir haben einen Einsatz! Isaac will uns an der Front! Was? Im Ernst jetzt? Leider ja! Beilen wir uns! Es geht sofort los? Ja! Vamanos! Okay! Mist! Mein Nacken! Hey! Danke für das Zimmer letzte Nacht! Wer war es diesmal? Die Küchenbraut? Nein! Die Wetterbraut! Sie hat ihren Berg verlassen! Die Wissenschaftlerin! Schön! Sie ist ein bisschen zu begeistert von ihrem Job! Sie sprach dauernd von einem Sturm und... Ich weiß nicht! Hat es sich gelohnt? Oh! Absolut! Jetzt kann ich glücklich sterben! Das solltest du! Was Besseres als sie findest du nie! Hallo, Miss Potts! Hallo, Miss Potts! Hallo, Miss Potts! Sie auch? Ein Gentleman schweigt! Wow! Ich muss kurz mit meinem Dad reden! Sie ist ein bisschen zu tun! Holst du uns was zu essen? Ja! Geh klar! Hol mir was! Con picante! Du kriegst, was du kriegst! Ich freu mich auch, Abby! Oh shit, Jordan! Hab dich nicht gesehen! Kommst du mit uns in die Seravena? Manny und ich wurden zur Basis bestellt! Was wollt ihr in der Seravena? Das Hotel und die Schule werden evakuiert! Wir nehmen die Vorräte und bringen alle zurück zur Basis! Echt jetzt? Ja, ist es zu glauben? Nach all dem Scheiß ziehen wir uns zurück! Du weißt doch nicht, ob so ist! Wenigstens kommt Lia vielleicht früher vom TV-Sender zurück! Na immerhin, ja! Ich muss los! Dein Überleben sei lang! Und dein Tod sei schnell! Komm, Abby! Hey, Sir! Ah! Abby! Wie geht es Ihnen? Fantastisch! Sagst du ihm bitte mal, dass der weg muss? Ah! Hab's versucht! Ha! Er steht mir! Du weißt horrible! Ha! 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 Wir müssen jetzt los! Pass auf ihn auf! Für Sie? Gerne! Was gibt es heute? Burritos! Wieder mal! Okay! Abby! Was machst du? Hey! Tenemos Prisa! Damit rist Burritos! Hey Mann! Da ist die Schlange! Abby! Was soll das? Stell dich gefälligst hin zu! Wir gehen an die Front! Kommt schon! Du bist so fein! Warum hast du drei? Gib einen zurück! Flip jetzt nicht aus! Mel kommt mit uns! Manny? Wo ist dein Rucksack? Im Zimmer? Warum tost du mir das an, hm? Weil ihr mir beide wichtig seid! Und ich hab genug von dem Schweiß! Weiß sie, dass ich dabei bin? Und ob? Okay! Und es ist okay für sie? Ja! Warum klingt dann ja so wenig überzeugend? Haha! Liegt an meinem Akzent! Komm schon! Sei nicht so kaputt! Ich glaub dir gefällt's mich zu quälen! Nein! Es ist eine Möglichkeit für euch endlich weiterzumachen! Seit Jackson haben wir kaum miteinander geredet! Soll ich so tun, als wär nichts passiert? Natürlich nicht! Ihr müsst darüber reden! Sie wollte Joels Tod genauso wie wir anderen auch! Aber sie ist anders als wir! Sie hat noch nie jemanden so verletzt! Sie tötet ständig Scars! Nicht so wie wir Joel getötet haben! Vergiss nicht! Wir sind Soldaten! Sie ist Ärztin! Komm Abby! Sie gehört zur Familie! Tu's für mich! Okay? Ich hör George! Mehr verlang ich nicht! Ja! Sei nett! Leck mich! Ja! Sei nett! Leck mich! Klopf! 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 Du warst bereit? Ja, sofort! Hi! Hey! Du bist also wieder im aktiven Dienst? Naja... Du kannst bestimmt hier bleiben, wenn du fragst! Ich sitze lieber nicht rum, wenn ich nicht muss! Hat Owen nichts dagegen? Was hat Owen damit zu tun? Wir müssen Alice noch abholen! Hey! Gib dir Mühe! Warum hat man nach dir geschickt? Das ist die normale Rotation! Keine Sorge! Hey! Wenn du zurück bist, siehst du nach meinem Dad? Dem geht's! Ich weiß nicht! Schlechter! Inwiefern? Er klagt über Schmerzen in den Handgelenken! Er kann kaum einen Löffel halten! Vielleicht kriegen wir mehr Schmerzmittel für ihn! Du und Owen seid jetzt in Sektion 96? Ja! Es ist... Nett! Viele junge Familien! Seid ihr schon aufgeregt? Wegen des Babys? Wenn man die ganzen Kinder da sieht! Ja! Ich bereite mich vor! Viele heulende Babys! Genau richtig für Owen! Er hat's noch gar nicht gesehen! Er ist mit Danny unterwegs! Danny! Puh! Schöner Scheiß! Das mache ich nämlich auch! Ja? Danke! Alice, abmelden! Dieses Spielgründen! Toll! Abby, willst du sie holen? Hey! Mädchen! Hey! Du verrückter Hund! Da ist ja mein Mädchen! Die einzige, die dich ertragen kann! Haha! Bist wohl eifersüchtig! Hey! Wollen wir zu den Trucks? Gehen wir zu den Trucks! Oh! Hallo, Bär! Ja? Okay! Da du so neppf! fragst! Wer ist dein guter Junge? Ja! Hol' den Ball! Ja? Wir müssen noch mal auf den kleinen bis zur Zeit rein! Wasser überlebt hab! Was ist das? Was ist das? Dann können wir uns wieder helfen! Wir setzen den Torn! Oh! Hey, Abby. Hallo. Hey, Pat. Hey. Hey, Pat. Das Übliche, bitte. Na klar doch. Ja, sehr. Welche Truck sind da? Nehmt S24. Ich fahre. Meld uns ab. Hey. Danke. Dein Überleben sei lang. Dein Tod sei schnell. Ist etwas eingerostet. Wie wär's mit nem kleinen Wettkampf? Der Verlierer Putzdienst. Hm. Riskant. Ein Magazin höchste Punktzahl. Abgemacht, Herr Brand. Abgemacht, Herr Brand. Wie wär's mit dem? Schöpfen. Wie wär's mit dem? Wie wär's mit dem? Nächstes Mal will ich deine Waffe. Ja, es lag nur an der Waffe. Oh, da fällt mir ein, da ist ein Riesenberg dreckiges Geschirr. Hm, du bist grausam. Oh, und du kannst meine Wäsche falten. Gehen wir zur Basis. Ja, ja, braves Mädchen. Ich hab dich auch vermisst. Nell sitzt vorne. Nell ist schwanger. Dann braucht sie frische Luft. Und ihr beide könnt reden. Sehr gut. Wie schläfst du in letzter Zeit? Nicht so toll. Soll ich dir etwas aus der Botheke besorgen? Nein, schon gut. Ist kein Problem. Nein, lass mich. Ich werde mich einfach auspowern. Ich hab ein paar Extrasgaben angenommen. Du und Owen. Was meinst du? Nichts. Hey, Manny. Wo willst du hin? Zwei. Truck S24 unterwegs zu zwei. Dem Erleben sei lang. Und dein Tod erschienen. War er meinen Grundplatz verloren? Ja. Soll er zurückerobert werden? Nee, Isaac sagt, es ist unwichtig. Wir fangen im Moment genug Wildlachs. Was meinst du wegen mir und Owen? Ähm. Ich hab ihn zwei Wochen nicht gesehen. Er übernimmt ständig neue Aufgaben. Weißt du, was er hat? Hat er irgendwas gesagt? Nein, wir haben... Ich mein, man sieht sich in der Kantine, aber... Wir haben keinen Kontakt. Jackson hat ihn geschockt. Nach dir... gar nicht so einen Kopf drin. Shit! Häng da rein! Festhalten! Bleib ruhig! Häng da die Walls! Komm, 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 warte. Ja. Ja, da... Ja. Wir haben zu, was wir machen. Hey, Isaac! Ah! Hoh! Mach' uns hier raus! Mach' DU? Mach' DU! Leih, Mann! Lachen! Na! Los geht's! Los geht's! Helmy, wir schreien Sie! Alles klar? Verdammtes Gas! Wir halten auf Sovares. Ein gutes Stück. Wir sind ungeschützt. Gehen wir rein. Schauen wir nach, ob's hier sicher ist. Herr Jax, dir gibt's genug Zeug für eine Rohrwunde. Verstanden. Vielleicht hätten wir's draußen riskieren sollen. Ja, ja, ja. Wir packen das. Hier gibt es zu viele Verstecke. Oh! Leute, hier ist jemand. Infizierte. Jetzt ist es einp Tayita! Ah! 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 ARD Text im Auftrag von Funk Oh, 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 oh. Oh, ja. Alles sauber? Ja. Sauber. Das ist so viel besser als Mescal und ein Zeichentrickfilm. Was? Nichts. Mal los. Mal los. Abbie! Abbie! Moment! Leider! Hansi! Mal los! Hmm. stubborn! Ja. Vura! Ah! Da! Ah! Lekker! 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 Sind alle okay? Ja. Die Munition wird aber knapp. Darf ich verfickte Scheiße sagen? Ja. Perfekte Scheiße! Verschwinden wir von hier! Guck! 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 Hey Leute, ich glaube hier geht's raus. Ich glaube hier geht's raus. Manny. Klar doch. Ladies first. In einem Monat pass' ich da nicht mehr durch. Na los selbst. Ich dachte Ladies first. Ich mach dich jetzt. Okay. Abby, das ist wie das Gewächshaus deines Dads. Ja nicht. Die Pflanzen hier leben. Stimmt wohl. Weißt du was? Das ist gut. Ihr braucht etwas, das euch zusammenschweißt. Klappe, Manny. Funktioniert doch schon. Okay. 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 Noch eine gefunden. Jop. Hey. Ich kenne ein gutes Trinkspiel, das man mit denen spielen kann. Vielleicht später. Die Basis ist da vorn. Keine Scars in Sicht. Sie sind da draußen. Ja. Gehen wir weiter. Gott. Wisst ihr noch, wie es war, als man hier nicht von Skars angefallen wurde? Dann ist du jetzt den Waffenstellstand. War ruhiger, hm? Zu ruhig. Wir wurden nachlässig und sie knüpften ein ganzes Team auf. Das ist passiert, weil wir die Kinder erschossen haben. Okay, aber diese Kinder haben sie angegriffen. Was würdest du tun? Ich weiß nicht, du nicht einfach abknallen. Tja, ich würde unsere Leute retten. Manny, das sind Kinder. Es ist nicht ihre Schuld. Unsere auch nicht. Die Toten gehen auf sie. Okay. Ich will da nicht unken. Aber hier ist es sehr ruhig. Haltet die Augen offen. Wir müssen auf die andere Seite des Zauns. Vielleicht durch eins der Gebäude? Weil das letztes Mal so gut lief. Hast du eine bessere Idee, Manny? Nein, ich sag's nicht. Yes. Irgendwas blockiert die Tür. Vielleicht kommen wir woanders rein. Hier oben. Manny, sieh da oben nach. Ja, okay. Das Kabel hat sich verhakt. Na bitte. Los, komm hoch. Mel, bleib bei Alice. Ich versuch, die Tür aufzukriegen. Sucht euch einen anderen Eingang. Cool. Vorsichtig. Und? Keines Gars zu sehen. Vielleicht sind sie weg. Geh tief runter. Ja, ja. Das stimmt. Ja. Dann mal los. Okay, Mel. Wir sind drin. Ich bin an der Tür. Okay, komm. Schnell. Mal los. Ja, klar. Hier geht's. Wow. Sieh dir das an. Das ist eine Bootswerkstatt. Das sollten wir uns merken. Das Kommando sucht immer nach Ersatzteilen. Das ist eine Bootswerkstatt. Weißt du, mein Vater fuhr auf so einem Boot zum Fischen. Mir wurde jedes Mal schlecht. Ich hab's gehasst. Mann, werd bloß nie schwanger. Ich geb mein Bestes. Ich hab's gehasst. 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 Ich stütze es euch wieder an. Shit, tut mir leid. Alles okay? Ja. Kurbel gebrochen. Und jetzt? Annie, da. Eine Luke. Manni, halt durch. Wir finden einen Weg aufs Dach. Okay. Hey. Hey. So. Meinst du, Joel hat er das nicht verdient? Meinst du, Joel hat er das nicht verdient? Er hätte Schlimmeres verdient, aber ich wär lieber nicht dabei gewesen. Verstehe. Verstehe. Er ist zu so etwas fähig, hm? Das meinte ich nicht. Mal sehen, ob wir zu Luke kommen. Okay. Hey, Abby, hilf mir da hoch. Ich hab ne Idee. Ich mag Ideen. Okay, hoch mit dir. Ich mach's. Und? Deine Idee? Sekunde. Was machst du da? Ich bringe uns hier raus. Okay, aber langsam. Ein Vorteil, schwanger zu sein? Mein niedriger Schwerpunkt. Ich nehme dich beim Wort. Geschafft. Hallo, komm hoch. Danke. Okay, wir kommen der Luke näher. Mal sehen. Das könnte nützlich sein. Aber wie kommen wir zu der Planker? Ich gehe deinen Blöden. Ich gehe dich auf. Dann wäre alles genau. Sie werden zum Böden. Ich gehe dich auf. Ich lege dich an. Das kann nützlich sein. Dann war es mir. Aber wie man macht das? Die Laufplanke da führt zur Luke. Aber wie kommen wir zu der Planke? Okay, sieht gut aus. Geht tief runter. Schlimm mit der Höhenangst? Besonders wenn ich runter sehe. Da sind sie! Manny! Wir sind gleich da! Okay! Da! Die Base ist endlich fast geschafft. Wir können bestimmt über die Gleise. Sollen wir erst vom Dach runter? Bitte. Es ist schwer vorstellbar, dass du Angst vor was hast. Ich bin nicht so furchtlos, wie du denkst. Geht so auf. Deine Operation, das könnte ich nie. Hätte zu viel Angst, es zu vermasseln. Glaubst du, mir geht's anders? Na ja. Mein Dad hat immer gesagt, du wärst seine beste Studentin. Echt jetzt? Tja, du meintest ja immer, er wär ein Idiot. Komm. Alice. Oh, braves Mädchen. Wurde auch Zeit, dass ihr das hinkriegt. Ziemlich ruhig hier, was? Ja. Gefällt mir nicht. Gut. Wir sind fast an der Basis. Mann. Wenn wir wieder zu Hause sind, hau ich mich auf die Couch, zieh mir nen Film rein und sauf mich ins Koma. Aha. Welche Drinks? Welcher Film? Ha. Sehr neugierig. Der Film ist der mit dem, äh, komische Jammer, äh, Mädchen und dem Wolf. Ach, den liebe ich. Und der Drink? Ha, meinen Mescal von der Party letzte Woche. Verzeih, du meinst unseren Mescal. Äh, si, si. Ich lass dir was übrig. Ach, jetzt hätt ich echt Lust auf einen Drink. Wenn ich nicht schwanger wäre. Und auf der Flucht. Okay. Interessant. Okay. 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 Das hört sich gut an. Okay. Okay. Wir folgen den Schienen. Die führen uns zum Hauptweg der Basis. Gefällt mir nicht. Ja, ich weiß. Warte die Augen offen. Können wir über die Mauer? Ich wüsste nicht wo. Ruhe. Da sind mehr von denen. chill aus. Verzeih, ich sch surrender für jemanden. Gehe. Vor allem. Vor allem. Cute. Das ist wirklich ganzvoll. Aber doch. Geht's! Ascendio! Las los! Keine Munition! Los! Wir sind die Hände. Wir sind das Depot. Verwendet Sie, verdammt! Oh Gott! Dachua! Ich sehe sie nicht. Wacht, wir werden den Wohls. Kymmelschweb auch. Wir lassen uns mal eine Zeit. Wir werden die Besucher unter anderem. Fertig, da ist ein Wohlser. Dann brauchen wir ein Wohlser. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Herdurch! Was? Wolves! Enstelle sie! Gewehr! Ihr kriegt mich nicht! Schüsse Schuss! Nein! Gewehr kann ich zählen! Gewehrleiter! Na bitte! Mach sie fertig weiter! Alles okay! Alles okay! Na los! Gehen wir bevor noch mehr von den Freaks kommen! Ich liebe euch! Bereit? Oh, dass ihr da seid! Gut, dass wir vorbeigefahren sind! Haben die Schüsse gehört! Shit! Scheiße! Alles okay? Ich will's wohl überleben! Hey, zeig mal die Hand! Alle da! Ich weiß! Wir sind fast da! Wir sind fast da! Tor aufmachen! Das zieht euch! Na? Was? Deinen Rücken? Drück so fest du kannst, okay? Ach du Scheiße! Ich hab nichts gespürt! Hey! Wir haben zwei! Er hat eine Schusswunde an der Hand! Hey! Du warst gar nicht schlecht! Fast schon ein Kompliment! Lass dir helfen! Bleib ernst! Komm mit! Hier lang! Sitz! Das war ziemlich viel Blut, oder? Muss ich schon! Das wird wieder! Das wird wieder! Du hast zurarsen! Lass! Wen haben wir denn da? Hey! Auf geht's! Das ist Alice! дисp!! Präm Alice! Braves Schmännchen! Danke! Diese neuen Rekruten! Ich trau ihnen nicht! Danke nochmal, Leute! Hey, Manni, warte mal. Du hast noch Kontakte. Weißt du, was los ist? Was meinst du? Wir sind hier seit drei Tagen stationiert und es passiert einfach nichts. Dann solltet ihr uns wohl für die Abwechslung danken. Schau schon, du schuldest uns was. Hör dich mal um. Okay, wir melden uns an. Wir reden später. Okay, danke, Mann. Bis dann, Abby. Bis dann. Was zum Teufel war das? Keine Ahnung. Wir sind hier. Hey, ihr zwei. Was gibt's für uns? Kein Auftrag. Meldet euch bei Ice Age. Die Weide? Ja. So voll war's hier noch nie. Irgendwas ist los. Suchen wir Ice Age. Wir sollten zuerst nach Mel sehen. Ich kenn hier überhaupt keinen. Du? Hallo, Abby. Hallo. Abby, komm mal kurz. Ja? Wegen dem Hinterhalt. Wo war das? Ähm, ungefähr hier. Bei den Lagerhallen. Shit. Die schleichen sich immer wieder durch. Weißt du, wo Isaac ist? Ähm, gerade eben war er noch hier. Okay, danke. Wir schauen mal. Okay, die gute Nachricht. Ich will es raus. Sieht schlimm aus, was, Doc. Ist nicht so schlimm. Halt still. Ja. Das weh? Nein. Was ist damit? Hey, Mann. Geht's dir besser? Ähm, die Schmerzmittel wirken, also... Ja. Halt durch. Was macht die Hand? Werd' wohl die meisten meiner Finger behalten. Hey, Bruder. Man braucht ja nur. Oder nicht? Alter. Ich weiß, es ging alles so schnell. Hätte aber schöner sein können. Wenn man vom Teufel spricht. Hey, Leute. Wie geht's dir, Melona? Nur noch ein paar... ...Stiche. Und ich bin so gut wie neu. Okay, Leute. Ihr müsst dafür sorgen, dass sie sich ausruht. Hey, Mann. Entspann dich. Klar doch. Hey, ähm, könnt ihr beide kurz mitkommen? Ähm, ich bräuchte Hilfe. Klar. Nicht weggehen. Ich bleib hier. Ganz entspannt. Nora, konntest du dich ausruhen? Ich werd bald zum Westside Hospital abfahren. Wir sollen da alles rausholen. Wie geht's, Mel? Ich mein's ernst. Die Werte des Babys waren etwas erhöht, aber... ...kein Grund zur Sorge. Jemand sollte Ohren Bescheid sagen. Er wird bei ihr sein wollen. Er. Ich muss euch beiden was zeigen. Was ist los? Kommt mit. Oh mein Gott. Sind das alles unsere? Ja. Und es werden stündlich mehr. Sag nichts zu Mel, okay? Nora. Jetzt noch nicht. Komm her. Wer ist in dem Leichensack? Oh, scheiße. Es ist Danny. Wo ist Owen? Ich weiß es nicht. Vor ein paar Tagen wurden... ...ein paar Skars beim Yachthafen gesehen. Danny und Owen sollten nachsehen. Und heute Morgen haben die Wachen Danny am Grenzzaun gefunden. Er kam zu Fuß zurück. Mit einer Kugel im Bauch. Pinches Skars, hijos de puta. Isaac sprach mit ihm, bis er starb, aber... ...soweit ich weiß, wird keine Einheit dorthin zurückgehen. Und was ist mit Owen? Hast du Isaac gefragt, was los war? Ja, ich hab's versucht. Aber er... ...sah mich nur komisch an und sagte, ich soll nicht drüber reden. Und das heißt, Klappe halten. Owen ist vorsichtig. Ihm geht's bestimmt gut. Wo ist Isaac? Ich sag ihm auch nichts. Zuletzt war er wohl in den Apartments. Okay, ich werde mal nach Mel sehen. Also... ...sagt mir Bescheid, was ihr rausfindet. Ja. Mann! Warum hat Isaac keinen Suchtrupp für Ohren losgeschickt? Vielleicht hat er und Nora weiß es noch nicht. Scheiße, das hoffe ich. Wir suchen Isaac. Er ist drin. Geht rein. Danke. Wen haben wir denn da? Was geht, Leute? Habt ihr Zeit für ein Spiel? Ach, geht nicht. Wir wollen zu Isaac. Ganz wie du willst. Ich kann nichts dafür, dass ich so gut bin. Ist klar. Man sieht sich. Das hier fehlt mir echt nicht. Scheiße. Der Gestank ist furchtbar. Nach diesem Morgen. Wäre ich gern mal kurz mit denen allein. Verständlich. Herr R.B. Wir müssen hoch. Also gestarrt rennen. Na. Weißt du, wie lange? Ich soll ihn holen, wenn ihr da seid. Kommt. Herr R.B. Abby und Maddie sind hier. Lass ihn nicht einschlafen. Ja, Sir. Gehen wir hoch. Habt ihr gehört, ihr hattet Schwierigkeiten? Keine Verluste bei uns. Nur ein paar kleine Kratzer. Bei denen sah es anders aus. Das würde ich gerne öfter hören. Die Basis war noch nie so voll. Morgen wird's noch voller. Es kommen noch mehr Einheiten. Was ist los, Buzz? Diese kleinen Gefechte. So geht das nicht weiter. Wie dann? Ein neuer Waffenstillstand. Aber wie schnell würde irgendein Arschloch auf deren Seite oder einer von uns das Ganze versauen? Nein. Wir müssen sie alle vernichten. Sir, es gab schon Angriffe auf die Insel. Nicht solche. Nicht mit allen. In ein paar Tagen kommt ein Sturm. Wir werden ihn zur Tarnung nutzen. Ihr beide führt die erste Welle an. Wählt die Leute aus. Fangt gleich an. Ich will erholen. Wann kommen er und Danny zurück? War das wieder Nora? Keine Geheimnisse in der Salt Lake Crew. Ist Dauern okay? Soweit ich weiß. Warum wurde dann kein Suchtrupp losgeschickt? Er hat Danny erschossen. So wie es aussieht, um ein Scar zu beschützen. Bullshit. Wie bitte? Doch nicht Owen. Das kann nicht sein. Du meinst also, Dannys letzte Worte an mich waren gelogen? Sir, wenn sich das rumspricht, ist Owen tot. Wenn ihn irgendwer sieht, wird er einfach abgeknallt. Dann hört besser auf, euch das Maul zu zerreißen. Ich werde ihn suchen. Ich bringe ihn her. Wir gehen der Sache auf den... Der Sturm kommt doch erst in ein paar Tagen. Wir haben nur diesen einen Versuch. Und das ist wichtiger als wir alle. Und viel wichtiger als Owen. Wenn er auftaucht, na schön. Im Zweifel für den Angeklagten. Und wir gehen dem auf den Grund. Ich brauche dich, Abby. Ja? Ich verstehe. Gut. Sieh dir die Pläne an und mach dein Team klar. Geh was essen. Wir reden später. Owen hätte Danny nie wegen einem Scar gekillt. Nicht wahr? Was? Nein. Abby. Nicht. Ich bin morgen früh zurück. So lange musst du mich decken. Isaac macht dich zur Sau. Nicht vor dem Angriff. Er braucht mich schließlich. Wenn Owen da draußen ist, wie willst du ihn bitte finden? Ich weiß, wo er ist. Hör auf! Ich bring dich um! Was? Ich mach's ernst. Hör auf! Okay. Warum kommst du nicht rüber und genießt die Aussicht mit mir? Klasse. Der Hammer. Ach. Komm schon. Sind wir echt hier raufgekommen? Nur damit du dann auf den letzten Metern doch noch kneifst? Ja. Ja. Es hieß nur, ich soll hier rauf. Also. Hm. Okay. Hier ist der Plan. Du schiebst deinen Arsch hier rüber, setzt dich auf den Rand oder du gehst hier auf den Kindersitz und genießt die Aussicht. Wir haben doch Training. Wirklich. Wir können also nicht ein einziges Mal schwänzen? Nein. Willst du drüber reden? Es ist schon spät. Ja. Okay. Nein. Mach das nicht. Es ist zu hoch. Oh mein Gott. Weißt du, ich kann so einfach nicht mehr weitermachen, Abby. Owen, ich mein's ernst. Ich mach Schluss mit dir. Owen. Ich liebe dich, Abby. Nicht! Owen! Wettê! Wie ist das? Und zwar. Wie ist das? Wettet ihr, Abby! Ich bin hier, du Arschloch. Du bist gesprungen? Und ich hab's verpasst? Ich dachte, du ertrinkst. Und du wolltest mich retten? Nein. Ich wollte nur sicher gehen, dass du ertrinkst. Ich hab da was ziemlich krasses gefunden. Was? Du wirst mir wohl folgen müssen, um es zu sehen. Owen, wir müssen zurück. Keine Sorge. Erst musst du das sehen. Owen! Was wollen die denn tun? Einen Haufen Fireflies verjagen, die sonst nirgends hin können? Vielleicht? Ich will's nicht rausfinden. Komm einfach und sieh dir das an. Die Flucht holen. Was ist das hier? Ich weiß nicht. Wollen wir weiter? Scheiße, ja. Was für ein Ort! Das ist bestimmt einer von diesen Zoos. Bloß für Fische. Klappe! Sieh dir das Jungtier an. Ich hab neulich eine Robbe gesehen. Sie hatte überall Punkte. Sie haben keine Punkte. Sie sind braun. Das sind Seelöwen. Nein. Nein, du hast keine Ahnung. Ich weiß, was ich gesehen hab. Mit meinen Augen. Ich weiß, was ich gesehen hab. Hilf mir mal damit. Ja. Los. Was ist das hier? Na, das ist eindeutig eine Art Theater. Bloß für Fische. Bist du jetzt ein Hahn? Was? Ich bin ein Wolf. Das ist mein Geheul. Du bist ein Spinner. Ja, aber du liebst diesen Spinner. Also, was sagt das über dich aus? Glaubst du, das Segelboot gehörte zur Show? Nee. Sieht aus, als hätte es jemand zu einer Art Dock umgebaut. Willst du es dir ansehen? Hier sind Kindersachen. Bestimmt war eine Familie hier. Sieht ihr die Zeichnung an? Was wohl aus ihnen geworden ist? Vielleicht gingen sie zu den Wolves? Ja, oder wurden von Scars getötet. Was für ein Optimist. Hm. Okay, genug von diesem Boot. Na, Lust auf den restlichen Fischzoo? Meinst du, es gibt noch mehr zu sehen? Na klar. Auf geht's. Auf geht's. Was machst du da? Ist das jetzt eine Tiershow? Sehe ich wie eine gepunktete Robbe aus? Sie hatte Punkte. , was ... Oh, das ist sie. Meinst du, du kommst da durch? Hilf mir da hoch. Ja. Ach du Scheiße, gar nicht übel. Hab gestern 180 Pfund gestemmt. Ja, klar. Also, wir sehen uns schnell mal um und dann... Kehren wir zurück. Gibt's hier Fische? Oh mein Gott. Wow. Sieht man nicht jeden Tag. Da ist ein Aquarium am Boden. Kannst du dir vorstellen, was hier mal los war? Lachen wir Kinder, die rumlaufen. Eine andere Welt, was? Ich beanspruche diesen Ort. Er gehört mir. Besuchen erlaubt. Oh, bist du sicher? Nicht so ganz. Ich werde abwarten, wie nett du zu mir bist. Du bist ein Arsch. Kein guter Start. Ich werde abwarten, wie nett. Er geht's dir. Ich werde abwarten, wie alt. Jetzt versuchte einen Augenblick. Bist du zu uns. Nein, ich werde abwarten. Abwarten, wie alt. Liebe. Amen. Meinst du, das ist die Familie vom Boot? Würde ich sagen, ja. Erschwert. Wir müssen mit den anderen zurückkommen. Gute Idee, damit sie auch die Regeln brechen. Ist es das nicht wert? Warte ab, wie viel Ärger wir nachher dafür bekommen. Ha. Dir gefällt's doch. Sei doch still. Also, wie wär's mit Owen? Du hattest recht. Danke, dass du mich an diesen wunderschönen Ort gebracht hast. Ich überleg's mir. Reicht fürs Erste. Oh Gott. Ob das wohl unser Kapitän ist? Shit. Seine Kinder haben sich den Scars angeschlossen. Scheiße. Hm. Tja. Das Gute ist, wir haben die Schlüssel. Was ist los mit dir? Er ist ein Skelett. Er braucht sie nicht mehr. Hm. Ich versteh's einfach nicht. Wieso schließt man sich freiwillig den Scars an? Wieso nicht? Weil dieser Kult wahnsinnig ist. Deswegen. In den Quarantäne-Zonen gelten die Fireflies als Terroristen. Fanatiker. Wir waren naiv. Aber wir waren nicht fanatisch. Wir haben Kontrollpunkte gesprengt und Soldaten ermordet. Das ist nicht dasselbe. Ich sag ja nur... Sag solches Zeug ja nicht im Stadion, okay? Okay, schon gut. Schon gut. Was meinst du, wie spät es ist? Ich weiß es nicht. Wir haben Zeit. Was być? Ich weiß sie nicht immer. Ich Farbe auf. Probierst du die Schlüssel? Oh, ja. Den hier? Nee. Wie wär's mit... Geschafft! Krass. Das Malen muss ewig gedauert haben. Sag bloß nicht, du willst da runter. Komm schon. Ruhin. Das war's dann. Versprochen. Das war's dann. Einfach nicht. Runterschauen. Geh schon. Geh doch. Was sieht dir die an? Würde den Jungen gern kennenlernen. Ich mein... Er ist ein Ska. Hast du vielleicht. Scheiße. Hoffentlich nicht. Solide Festung, Max. Sehr gute Arbeit. Wow. Komm hier rein. Wow. Ja. 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 Siehst du das? Sie sind wirklich gepunktet. Ja, ja. Ja, ja. Geht es dir zu schnell? Nein. Ist es das? Es ist das, oder? Du findest mich abstoßend. Komm schon, Abs. Es tut mir leid. Hey, sag das nicht. Ritt mit mir. Ich weiß, alle Spuren sind kalt. Aber Joel ist immer noch da draußen, weißt du? Ich weiß. Was soll ich tun? Gehen wir zurück. Wir können weiter trainieren. Geh schon mal vor. Was ist mit dir? Ich werde noch eine Weile bei den Robben bleiben. Es tut mir leid. Ich sagte doch schon. Sag das nicht. Was, wenn Owen woanders ist? Wer ist dort? Gehen wir vom Dach runter, bevor uns jemand sieht. Kann ich dir das ausreden? Nein. Wir wissen nicht, was passiert ist. Ich muss ihn finden. Ich meine, wenn er Danny getötet hat. Scheiß auf Danny. Schade, dass Owen ihn vor mir erwischt hat. Whoa, Abby. Es ist echt nett, dass du mir hilfst, mich wegzuschleichen. Wie willst du zum Aquarium kommen? Auf dem Highway? Geht nicht. Zu viele Patrouillen. Sie würden mich sehen. Improvisiere. Das Aquarium ist westlich von mir. Ich folge einfach der Sonne. Ich begleite dich. Ich weiß, was ich tue. Es sind zu vieles Gas in der Gegend. Nee, nee. Bitte. Na gut. Wie du willst. Ich gehe weiter. Ich gehe weiter. Was machst du da? Wusstest du, dass hier jemand wohnt? Oh, nein. Dein heißes, spanisches Flüstern? Hey! Das ist privat. Oh, mein Gott. Das hier ist deins? Sag mal, wie viele Liebesnester hast du eigentlich? Okay. Pardon. Nur ein Blödingl. Hey. Danke. Hierfür? Ja. Alles andere. Ja? Du bist ein guter Freund. Komm schon, Apps. Du weißt, ich hab's nicht so mit Gefühlen. Sieht gut aus. Na los. Okay. Wünsch mir Glück. Wenn du ihn findest, schlag ihn nicht zu fest. Ich geb mir Mühe. Im Ernst. Pass gut auf dich auf. Was denn? Okay. Richtung Sonnenuntergang. Was denn? Ja. Toll. Das stinkt dir so. Das stimmt. Ich steige über die Mauer. Ich steige die Mauer. Oh, cool. Oh, shit! Das fängt ja gut an. Das fängt ja gut an. Ja, direkt in einen Abgrund. Diese Freaks stehen schon vor der Tür. Das fängt ja gut an. Das fängt ja gut an. Das fängt ja gut an. Ja. Das fängt ja gut an. Das fängt ja gut an. Ja. Das fängt ja gut an. 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 Nur noch Millionen. Hm. Vielen Dank. Du bist wohl schon eine Weile hier. Um die Familie zu schützen, sollte man besser keinem Totenkult beitreten. Achla. Achla. Oh, yeah. Sehr schön. Aber ein ganz schönes Chaos angerichtet. Sehr schön. Okay. 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 Sehr schön. Okay. 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 Was ist das? Märtyrer-Tor. Ein Stillstand wurde gebrochen, aber hier kommt's zurück. Haben wir den Mist nicht hier weggeräumt? Ja. Isaac, fuck, durch dich wurde eine Verrückte zur Märtyrerin. Ja! 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 Was ist das? Was ist das? Was ist das? Sie ist keine gute Fee. Okay, immerhin mal eine praktische Bitte. Susanna geht unter. Was ist das? 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 because Was ist das? Verdammt! Der Wolfgang's edge! Der Wolfgang's edge! Der Wolfgang! Du solltest fliehen! Ruhig! Ruhig! Okay Roll your head! Oh cover! Oh. Alarm! He istvahligt übergeht! Passual? If online... Was ist das? Vielen Dank. Okay. Muss einen Weg durch dieses Gebäude geben. Vielen Dank. Okay. Vielleicht komm ich da rein. Okay. 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 Ich packe das. Okay. 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 Verdammt. Weiter, runter. Hier. Kommt, wo bin ich noch reingeraten? Niemals. Hier wurden Betäubungs- und Rauschmittel hergestellt. Beunrechte ich das? Wood. Was? Kein Valkist. Alles klar. Was? Oh- Aus тебя, jó! 하다. sablo war ... ug- Was ist das? Oh, 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 oh. Jetzt muss ich runter zur Straße. Patsy! Lass mich los, Madame! Owen! Owen! Hey. Hey. Ist alles okay? Ja. Schlechtes Timing? Nein, nein. Und was gibt's? Gibt es Befehle? So ähnlich. So ähnlich? Weißt du was? Wie wäre es, wenn wir Isaac einen Moment mal vergessen? Owen. Wann warst du das letzte Mal hier? Sieh dich um. Sieh dir alles an. Was hast du gemacht? Na ja. Ein paar Pflanzen entfernt. Gestrichen. Ist Alice auch hier? Draußen mit Mel. Ist bei euch alles okay? Okay. Läuft die Beziehung gut? Äh. Größtenteils ja. Ich mein, sie ist schon richtig süß. Ganz im Gegensatz zu mir. Oh. Hinter deiner harten Schale steckt auch ein weicher Kern. Dein schlechtes Gedächtnis. Selektives Gedächtnis. Hast du Bogenschießen geübt oder sowas? Oder sowas. Ah, das erklärt die Zielscheiben. Oh ja. Mel und ich machen hier einen kleinen Wettkampf. Aber ich glaub nicht, dass dir das Spaß macht. Es… Es ist ziemlich kompliziert. Ich weiß, was du da machst. Und es funktioniert. Die Regeln? Okay. Siehst du die Scheiben? Ja. Triff möglichst viele, bis die Zeit um ist. Wenn ich gewinne, schreibst du meinen Namen da dran. Na klar doch. Nummer eins. Ich bin stolz auf dich. Sei ganz locker. Zwei geschafft. Aber noch nicht alle. Heilige Scheiße. Fünf. Du hast geschafft, Ernst. Hey. Vorsicht mit der Kunst. Was? Davon wird's nur schöner. Autsch. Also… Es tut mir schon weh. Du brauchst nur noch eine. Nicht verpassen. Verdammt. Du hast es geschafft. Du hast die meisten Punkte. Ich hab noch Zeit übrig, stimmt's? Ja, aber… Ich hab noch nicht verloren. Nur noch zehn Sekunden. Nur noch zehn Sekunden. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Geschafft. Ha! Beim ersten Mal. Wie gefällt dir das? Ja. Ganz toll. Du kannst einfach alles. Sei still und schreib meinen Namen auf. Mach ich. Später. Ähm. Hast du Angst, dass Mel rauskriegt, dass ich hier war? Nein. Das ist dir egal. Dann schreib meinen Namen auf, Owen. Okay. Ganz ruhig. Okay. Es gibt noch eine Sache, die ich dir zeigen möchte. Los, komm hoch. Ist das die Leiche des Kapitäns? Die… Hab ich schon gesehen. Hast du in eine Weihnachtsmütze aufgesetzt? Was? Nein! Das wäre eigentlich ziemlich cool. Das ist sogar noch cooler. Komm schon. Nach dir. Hast du das alles gemacht? Sehr festlich. Warte, bis du alles siehst. Setz dich. Sieh dir die Aussicht an. Und jetzt? Probier das. Und? Eine schöne Aussicht. Oh. Na klar. Banausinn. Soll ich etwa lügen? Ja. Natürlich. Sie ist verrückt nach Weihnachten und wir haben Jahrestag. Also… … Das finde ich echt süß. Abbey, wenn der Mond aufgehen… Abbey, wenn der Mond auf geht… Ich hab Joels Bruder gefunden. Er ist in einer Siedlung in Wyoming. Ja. Stimmt's? Sagst du's den anderen? Es sind alle an Bord. Mail eingeschlossen. Wir können nächste Woche los. Isaac lässt niemals so viele Leute aus der Basis. Er ist einverstanden. Bullshit. Wem ist Gerechtigkeit wichtiger als Isaac? Er weiß, was Joel getan hat. Hey. Wir machen das gemeinsam. Klar? Klar. Ja. 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 Oh, come on. Nein! Sie sind voller Sünde. Befreie sie, damit sie auch meinen. Yara! Wo ist die andere Abtrünnige? Sturze die Flügel. Ja. 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 Die Dämonen kommen. Schneid sie ab. Sie gehört zu ihnen. Ja. 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 Ah! 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 Na los wir! Wir müssen weg! Wo meint ihr hin? Er raus aus dem Wald! Los! Waren! Los! Die Küste ist da! Ah! 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 Ah59! Ah! Lass! Ihres! Sißen tú, man! Oh, 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 fou! Ah! Ja, ich geh Chaos! Ah! Was Fleetzisch! Выходь! Ah! Alles okay? Ja. Wir müssen weiter, bevor noch mehr kommt. Hier sieht doch alles gleich aus. Wisst ihr wirklich, wo es lang geht? Es muss diese Richtung sein. Das ist der Fall. Wie ist das, Frau? Die sind frisch. Gibt's noch einen anderen Weg? Glaubst du wirklich, wir würden dann diesen nehmen? Komm schon, Leif. Mach auch. Komm schon. Ich helf dir. Du! Ist das da etwa mein Rucksack? Du! 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh... 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 Hey... Oh... Oh... Was? Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Los! Mehr von denen. Nur eine Minute. Du musst dich gut festhalten. Okay. Oh, mein Arm. Ich weiß. Konzentrier dich aufs Atmen. Ein und aus. Schön gleichmäßig. Ein und aus. Probier die Tür. Geht nicht auf. Probier die anderen. Geht sie auf? Nein. Hier rein. Gehen wir rein, bevor uns jemand sieht. Gehen wir rein. Mach zu. Hilt mir bitte mal. Hey, das muss nur gerichtet werden. Okay. Weißt du, wie das geht? Schneid es an Streifen. Leck dich hin. Ich werde ihn jetzt bewegen, okay? Okay. Bereit? Okay. Okay. Wie heißt du? Abby. Danke fürs Abschneiden. In dieser Gegend ist einiges los. Auch wenn es ihr schlecht geht, solltet ihr besser morgen verschwunden sein. Wir kommen klar. Okay. 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 Was ist das? Okay. Das war's für heute. 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 Fuck. Fuck. Das war's für heute. 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 Ich werde gleich mal super... Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir müssen es weiter oben probieren. 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 Wir müssen 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 weiter oben probieren. Owen? Das ist echt grausam. Isaac hat dich geschickt. Hat er nicht. Was soll das werden? Es braucht etwas Arbeit, um sie in Schuss zu bringen. Verstehe. Willst du? Passe. Wie du willst. Danny ist tot. Ja. Willst du mir sagen, was passiert ist? Wir haben ein kleines Lager geräumt. Nur ein paar Scars und... Ich schlage einem auf den Kopf. Fest. Und er geht zu Boden. Und seine Waffe liegt da. Und er greift nicht danach. Stattdessen geht er zu mir. Und er ist alt. Und erschöpft. Er war... weit. Er hat eine Menge Gas getötet. und ähm... dieser Mistkerl. Ich konnte es nicht. Natürlich macht mich Danny deswegen dumm an. Ich bin durch, sag ich. Er kann es ja selber machen. Und er richtet die Knarre auf mich. Also greife ich sie und... Erst wusste ich nicht, wer die Kugel abbekommen hat. Du hast dich verteidigt. Hör auf. Ich bring das in Ordnung. Ich rede mit Isaac. Ich kann nicht mehr, Abby. Ich will nicht um Land kämpfen, das mir absolut nichts mehr bedeutet. Ich gehe nach Santa Barbara. Und jagst Gerüchten nach? Ich höre oft davon. Die Fireflies formieren sich nicht neu. Sie sind weg. Es ist eine Spur. Ich muss dem nachgehen. Was ist mit Mo? Sie ist hier sicher. Okay. Wir reden morgen, wenn du nüchtern bist. Mach das nicht. Was denn? Mich wie einen Verrückten behandeln. Dir geht es genauso. Wenn die Fireflies wirklich in Santa Barbara sind, würde ich einen großen Bogen um sie machen. Was? Nichts. Ich bin kein Kind mehr. Sei vernünftig. Ja, und was bedeutet das, Abby? Soll ich die finden, die meine Familie umgebracht haben? Ihnen wehtun? Sie foltern, bis sie in ihre eigenen Scheiß... Ebi. Ebi. Oh, Mann. 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 Abby. Abby. Hey. 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 Sorry. Hey. Hey. Sie kam einfach her. Okay. Ich glaub, sie weiß nichts von letzter Nacht. Letzte Nacht ist mir egal. Mir nicht. Welcher? Ich hoffe, du weißt, was du tust. Sind deine Freunde auch gut? Ja. Wir hatten Glück, dass Mel da war. Sie ist eine der besten Ärztinnen in Seattle. Mel. Und wie heißt er? Der Mann? Owen. Mel. Owen. Erby. Und der Hund heißt Alice. Ich mag keine Hunde. Wie kommen wir zu den richtig hohen Gebäuden? Die Brücke ist dort. Der Weg da vorne führt ins Zentrum. Zu den richtig hohen Gebäuden. Weißt du denn von da aus, wo es lang geht? Der Weg beginnt am Ufer des reißenden Flusses. Bring uns dahin. Dann übernehme ich. Bringen uns diese Brücken wirklich über die Stromschnellen? Ja. Über alle? Ja. In nur ein paar Stunden? Ich lüge nicht. Okay. Oh, da ist es. Zu dem Gebäude müssen gehen. Hey. Ich sehe jetzt. Was ist, wenn wir die Sachen für deine Freundin nicht kriegen? Ja. Sie wird die Operation mit dem machen, was Owen da hat. Das... Das ist... Das wäre nicht gut. Meinst du, sie schafft es? Wenn wir die Sachen kriegen... Ja, dann... ...hat sie eine gute Chance. Let's go. Fall nicht entschlossen... ... die Stromschnellen reißen einen weg. Das ist doch schlimm, oder? Das war doch nicht einfach. Das war doch ganz schön. Mal sehen, ob wir auf dieses Gebäude kommen. Du warst schon mal bei diesen Brücken, oder? Ja. Meinst du, wir begegnen vielen Skars? Ferrafi. Ich weiß nicht. Würdest du damit klarkommen? Bis dann ging's ja auch. Ja, aber wir haben dich gejagt. Die jagen uns alle. Ja. 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 Oh, Mist. Bist du okay? Alles gut. Sicher? Ja, alles gut. Wir nähern uns deinem Hohen Gebäude. Wir müssen wohl ein paar Umwege machen. Wie lange wart ihr beide auf der Flucht? Zwei Tage. Wo wolltet ihr hin? Keine Ahnung. Einfach weg. Sagst du mir jetzt, warum sie wirklich hinter euch her waren? Hab ich doch. Sie wollen einen Jungen töten, weil er sich den Kopf rasiert hat? Es war nicht erlaubt. Es ist eine Regel. Ich brach sie. Scheiße. Warum hast du es gemacht? Ich weiß nicht. Gern schon Punkrock von dir. Punkrock? Ich hab das Gefühl, du hältst nicht viel von Regeln. Oh. Das stimmt wohl. Covid. Ich phrise Esta ist rebuild. Ich hab das affair. Verg小時 bin. Ergisch. In. ... Vielen Dank. 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 No. 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 Ja. Wie viele Serapiten hast du getötet? Wieso? Neugierig. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das Wasser fließt hier extrem schnell. Du musst wirklich vorsichtig sein, okay? Ich hab sowas schon mal gemacht. Verdammt nochmal. Wer ist das? Keine Ahnung. Ist er kein Wolf? Es gibt tausende von uns. Kennst du jeden Scar? Hör auf, uns Scars zu nennen. Klar. Hör auf! Sind wir auf dem richtigen Weg? Ja, das Gebäude führt uns zum Gebäude nebenan. Entschuldigung. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, Gott. Schön für deinen Cousin. Schön für deinen Cousin. Okay. Okay. Bei dir, du. Los, mir nach. Wie hoch müssen wir dann noch. Hier, oder? Ja. Angeber. Das ist nicht schwer. Aha. Danke. 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 Du hättest wegbleiben sollen, Lilly. Danke. 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 Okay. Okay. Ich gehe diesmal zuerst. Okay. 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 Wird das Ding hier oft benutzt? Ja. Überleg's doch. Tu ich nicht. Ich mein, es ist nicht die beliebteste Route. Oh mein Gott. Guck, einfach nicht nach unten. Shit. Wie fühlst du dich? Ich warte noch auf die wahre Stärke. Cool. Cool. Was? Ach nichts. Was läuft da zwischen dir und deinem Freund Owen? Mein Gott, Lev. Jetzt? Ihr habt verkrampft gewirkt. Geh einfach! Gott sei Dank. Geschafft! Na los! Können wir mal kurz beeindruckt von mir sein? Noch nicht. Lev, komm her. Lass dich umarmen. Dann bist du gleich bestimmt nicht mehr womit. Wieso? Wieso? Siehst du gleich. Ach du Scheiße! Lev! Alles wird gut. Sieh mich an. Shit. du smoothen. A-व... wird nicht mehr weg. Heißt du los? Wenn du keine Angst hast, dann komm mir nicht mit der Prophetin. Ha! O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. Was dann? Der Ozean. Äh, Hunde. Scheiße. Oh, mein Gott. Fast geschafft. Scheiße. Hey, da! Man kann das Krankenhaus! Oh, fuck! Oh, fuck! Guck zu mir! Ich kann das nicht, Len! Ich kann das nicht! Doch, du kannst! Ich kann nicht! Aber du wirst! Komm schon! Wahre Stärke! Wahre Stärke! Okay, fast geschafft. Du schaffst es. Vorsicht! 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 Oh! Fast geschafft! Okay. Okay. Komm schon! Komm schon! Mist, wendel ich! Hä? Scheiße! Eppi! Halt dich fest! Sieh mich! Ah! Oh! Ah! Oh! Oh! Ah! Geht mir eine Sekunde. Bitte. Okay. 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 Wohin jetzt? Ich weiß nicht. Was meinst du? Das ist das richtige Gebäude. Aber in diesem Teil war ich noch nie. Die Brücke führt zur Rückseite des Gebäudes. Das hier ist neu für mich. Okay, gut. Mal sehen, ob wir irgendwo runterkommen. Meine Ohren klingeln. Wenn das der schlimmste Teil war, haben wir Glück gehabt. Vielleicht war es kein Glück. Vielleicht aber schon. Manche Wolves glauben an das. Ich hörte sie beten. Tja, ich nicht. Wenn ich sterbe, sterbe ich für mich. Und was machst du dann hier? Warum bist du zurückgekommen? Schuldgefühl. Warum? Du schuldest uns doch nichts. Ich wollte ein bisschen lastlos werden. Mach-Ach-Ach-Ach-Ach-Ach-Ach-Ach-Ach-Ach-Ach-Ach-Ach-Ach. Mach-Ach-Ach-Ach-Ach-Ach-Ach-Ach. Aber ich habe ja das schon. Das ist doch sehr cool. Dateien. Oh, wasser da ist der Klapp? Okay. 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 Hier kommen wir runter. Wenn wir es zur Straße schaffen, sind wir genau beim Kram. Nur ne Leiche. Einer von euch? Nein. Sieh dir die Kleidung an. Hier. Ist ganz schön dunkel. Oh, so geht das also. Das Gebäude sollte geräumt werden. Lev, sind Infizierte in diesem Gebäude? Wir sind immer mit dem Aufzug runtergefahren. Also, keine Ahnung. Das Gebäude. Das Gebäude. Was ist hier? Ja. Das Gebäude. Ich bin immer mit dem Aufzug. Sporen. Masken auf. Ich hab keine. Glaubt ihr Typen nicht an Gasmasken? Wir waren auf der Flucht. Lass mich sehen, was ich finde. Bleib hier. Zurück. Noch weiter. Wenn du stirbst, sitze ich hier fest. Dann bete mal, dass ich es schaffe. Okay, Gasmasken. 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 Scheiße, hier ist alles verseucht. Shit. Einfach da oben bleiben, okay? Okay. Ich werde verrückt. Endlich. Wenn du dich schon umbringst, nimm wenigstens die Gasmaske ab. Idiot. Ja. Sieh gut aus. Okay, zurück zu Lev. Fuck. 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 Was jetzt? Amanda. Möge der Strom ruhig sein. Oh, Gott. Das Ding ist in die Mauer gewachsen. Aber da ist es nicht geblieben. Ich hasse den. Dann sagst du das. Dann sagst du das. Wie viele Stockwerke müssen wir wohl noch runter? Keine Ahnung. Ist ein großes Gebäude. Ja. Ja. Das Ding ist ein großes Gebäude. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay. Was ist das? Okay. Okay. Lev, ich hasse dieses Gebäude. Geh weiter runter. Wir sind fast rauf. Geh weiter. Geh weiter. Geh weiter. Okay. Ein Fortschritt. Lev, bist du okay? Ja. Und du? Soll ich ehrlich sein? Nicht mein bester Tag. Soll ich das? Soll ich das? Soll ich das? Was ist das? Oh shit, das sind zu viele Immunen. Such weiter nach einem Weg hier raus. Oh shit, das ist ein bisschen zufrieden. Oh shit, das ist ein bisschen zufrieden. Wahnsinn! Junge. Was ist der Lecker? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das Krankenhaus, da ist es Wir haben es geschafft. Das haben wir. Siehst du den Aufzug da vorne? Ja. Das wäre der Weg gewesen. Keine Infizierten. Psst. Cool, Lev. Lass uns den anderen nicht sagen, was los war. Ich will nicht, dass Sierra sich sorgt. Du bist ein guter Bruder. Ja. Kann ich dich was fragen? Okay. Bereust du, dass du dich rasiert hast? Bei uns gibt es keine Brüder. Lev. Ich hätte einfach weglaufen sollen. Dann wäre Yara, dass alles nicht passiert. Sie wäre zu Hause bei unserer Mutter. Braucht eure Mutter zu Hause denn Hilfe? Sie ist unsere Mutter. Es ist unsere Pflicht. Du bist eine Bühne. Du bist eine Brüder. Du bist ein Krasner, dass ich meiner Mutter. Und es ist eine Brüder, dass sie schlafen kann. Ja. Und es ist meine Brüder. Und es ist eine Brüder. Entsげet werden. Ich würde sie helfen. Ich würde sie nicht sagen. Ich würde sie nicht mehr. Ich würde sie jetzt machen. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, weiter gehst du nicht. Aber warum? Weil sie dich töten wollen. Ich störe sie höchstens bei ihrer Bad Gammon-Runde. Was ist Bad Gammon? Ich gehe vorne rein, hol mir das Zeug und komme wieder. Du bleibst hier, ja? Ja. 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 Hey! Hey! Lass mich jetzt hier raus! Du wirst dir die Schulter auskugeln. Nora. Wow. Hätte nie gedacht, dass du's dir mit Isaac versaust. Und, war Owen im Aquarium? Ich weiß es von Manny. Ich brauche Verbandszeug. Wieso? Was ist mit ihm? Compartmentsyndrom. Zerträmmerte Arm. Du behandelst ihn doch nicht, oder? Mel. Wir haben nicht viel Zeit. Scheiße. Das meiste, was wir hier hatten, wurde schon weggebracht. Was? Die unteren Etagen fehlen uns noch. Und gibt es das da? Ja, wahrscheinlich, aber... Es ist hart da unten. Ich komm klar. Wenn sie dich kriegen, hatte ich nichts damit zu tun. Na klar. Okay, dann komm. Compartmentsyndrom. Fuck. Ja. Gut, dass er mit einer Ärztin liiert ist. Ist Mel okay? Ja. Sie war so fertig nach dem Gespräch mit Isaac. Isaac hat mit ihr geredet? Als ihm klar war, dass du weg bist, hat Isaac uns alle verhört. Er war nicht nett zu ihr. Hat jemand geredet? Nein. Nora. Wo wollt ihr beiden hin? Abby holen. Das Boot ist abfahrbereit. Da sind noch, ähm, Kisten im dritten Stock. Könntet ihr die erst holen? Das Boot ist ziemlich voll. Bitte, sonst bin ich den ganzen Tag hier. Na schön. Danke. Sie sind weg. Bist du okay? Immer. Manny macht sich große Sorgen um dich. Weiß er, dass ich hier bin? Er wird's bald wissen. Und was hat Owen vor, wenn Mel den Arm amputiert hat? Moment. Alles okay. Okay, also, ja, Owen kann nicht bleiben. Er hat von Santa Barbara gesprochen. Er weiß, dass das Schwachsinn ist, oder? Gott, Mel, tut mir so leid. Ja. Mehr auch. Okay, hier sind die Intensivstation, das Traumazentrum und Operationssäle. Klingt perfekt. Es gibt einen Grund, warum wir hier noch nicht waren. Das war Ground Zero für die ganze Stadt. Hier brachten sie die ersten Infizierten hin, als es losging. Das wird total überwuchert sein. Das ist ein Grund. Im schlimmsten Fall, such nach Krankenwagen. Die sind sauber. Ich hab da schon Glück gehabt. Gute Idee. Dein Überleben sei lang. Und mein Tod sei schnell. Wir sehen uns in der Basis. Bald, hoffe ich. Ja. Das ist ein Grund. Okay, Operationssaal, Trauma, intensiv. Dann mal los. Oh, God. Shit. Sie hatten keine Ahnung, was ihnen blüht. Sieht ja nicht so schlimm aus. Ist natürlich zu. Wäre ja auch zu einfach. Okay, dann Trauma oder Chirurgie. Notaufnahme. Das Traumazentrum muss da drin sein. Das Trauma oder Chirurgie. Canboatüber. Es geht um weiter. Toxa, dass wir uns im Kopf befinden. Dann Clau. Dann rein. Wir sehen uns wenn es- Tür. Das 하나�batru mich. Ihr habt euch gut gewehrt. Ihr habt euch gewehrt. Ihr habt euch gewehrt. Wenn der Ausbruch nicht dabei war. Ihr habt euch gewehrt. Ihr habt euch gewehrt. Okay, das ist zu viel. Ich habe euch gewehrt. Komm schon, gib mir irgendwas. Hier muss doch irgendwas sein. Ich habe euch gewehrt. Ich habe euch gewehrt. Ich habe euch gewehrt. Scheiße, was ist das? Du brauchst Strom. Gut. Dann also zum Operationssaal. Operationssaal. Gut. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Untertitelung. BR 2018 ... 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 Und nichts wäre aus hier. Und nichts wäre aus hier. Und nichts wäre aus hier. Okay, das ist gut. Ich will nicht hin. Oh Gott sei Dank. Gleich gibt's was zu feiern. Oh Gott. 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 Lick me! Lick me, stop! 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 I, 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 stop!